Suche, mein Lieber, herzlich willkommen, vielen Dank für den Sub und in wenigen Sekunden bist du sogar zu sehen. Warte, ich muss noch diesen Knopf drücken. Hallo Suche. Oh, du bist noch Mut. Mute. Mein Lieber, grüß dich. Grüß dich, ja. Wie geht's? Gut, na klar. Und selbst? Auch gut, danke, danke. Du hast gerade erzählt, du hast Wasser in der Bude, allerdings nicht wegen Überschwemmung, sondern bloß wegen Handwerkerpfusch. Wahrscheinlich Rohrbruch, aber... Rohrbruch. Wir hatten gestern einen Installateur da, mittags, wegen was anderem. Und dann am Abend war er weg und auf einmal steht die Küche unter Wasser und wir dachten, naja, was ist jetzt los? Eigentlich soll es umgekehrt sein. Eher ein schlechtes Zeichen, glaube ich, oder? Mein Gott. Ja. Naja, gut, da kommen wir da ein, dann kriegen wir das hin. Ich sag mal, besser so als anders, nicht wahr? Da hatten wir ja gerade schon kurz im privaten Gespräch, da gibt es ja Leute, die gerade ganz, ganz andere Probleme mit Wasser haben. Ja, ist echt, ist das extrem, also... Krasse Phase, was gerade abgeht, nicht wahr? Ich komme ja auch aus NRW und da ist natürlich jetzt extrem viel, was das angeht. So NRW, Rheinland-Pfalz und so, Westdeutschland ist viel. Aber zum Glück nichts bei Freunden oder Familie von mir. Oder was heißt zum Glück, anderen Menschen gönne ich es natürlich auch nicht, ne? Aber... Das gönnt man auf jeden Fall keinem. Ja, wenn man jetzt nicht unmittelbar betroffen ist, kann man sich auf jeden Fall glücklich schätzen, definitiv. Ich hatte damals in der Zeit, wo ich in Chemnitz gelebt habe, hatte ich auch irgendwie mal eine Situation, da war ich im Sommer in Vegas, da gab es auch so ein Sommerhochwasser. Und mein Auto stand halt in der Zeit, wo ich in Vegas zur WSOP war, so irgendwie 30 Meter vom Fluss weg. Und ich dachte, oh, 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 oh. Aber die Überschwemmung hat auf jeden Fall zwei, drei Meter vor meinem Automobil gestoppt. Da hatten wir ein bisschen Glück gehabt. So, also erstmal die Augen hier in Chat. Bernie, mein lieber, herzlich willkommen. Pirna ist auch da. Hi, Marc. Hi, Leute. Riesi, ominösen Number One. Und Good Luck. Danke. Good Luck wird heute nicht gebraucht. Ich werde heute, wie gesagt, keine Karten hier anfassen. Wir werden uns heute nur unterhalten. Aber vielleicht brauche ich Good Luck, dass du mir meine Hände nicht komplett absägt und dann alle denken, oh Gott, der Marc, der Arme, der braucht jetzt erstmal zwei, drei Wochen, um wieder zurecht zu kommen. Dark ist auch da. Elbocars ist da. Wenn ihr siehst, haben wir doch schon ein paar Leute im Chat hier. Können wir doch anfangen. Never fold, Queen, Pfeiffer, Löchen. Grüß dich. Ah, Suche. So, wir haben uns vorgenommen, heute mal ein paar Handanalysen vom Stapel zu lassen. Wir hatten ja letztens, wir haben uns ja eigentlich zwei Stunden lang, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nur unterhalten über uns, über Poker, über Omaha. Haben ein bisschen uns durch den PLO-Trainer durchgeklickt. Und eine Sache, die wir uns möglicherweise vorgenommen hatten, kam zu kurz. Das sind nämlich mal ein paar Handanalysen. Ich hoffe, du hast Bock. Ich habe, Handanalysen bin ich immer dabei. Du hast Bock, du hast Bock, du hast richtig Bock, ne? Na okay, dann, wir haben ja so ein paar Sachen da. Also ich habe ja die Leute aufgefordert, im Vorfeld ein bisschen im Discord was einzureichen, bei Poker unter Kategorie Hände. Die Einreichungen hielten sich in Grenzen. Möglicherweise hatten alle die Befürchtung, dass sie hier ihr Fett wegkriegen, wenn wir da auf die Sachen drauf gucken. Von daher würde ich meinen, ich gebe erstmal ein paar Dinger von mir zum Besten, oder? Was sagst du denn dazu? Ich habe mal ein bisschen was gespeichert. Grundsätzlich kann ich aber sagen, davor sollte man eigentlich am wenigsten Angst haben. Oder gerade die Hände, die man voll verkackt hat, die sollte man einreichen. Weil da lernt man dann auch was draus. Also ich kann das aus meinen, ich gebe ja selber Coachings so und ich sage mal so, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Schülern quasi, die ich habe. Die einen, die kommen halt wirklich, weil sie, die wollen besser werden, no matter what. Die wollen einfach besser werden, die wollen improven. Und bei den anderen habe ich das so ein bisschen das Gefühl, die bezahlen mich dafür, dass ich ihre Bad Beat Storys anhöre. Weißt du, die kommen die Zeit an die Hände, wo sie viel Pech hatten, wo sie einen großen Pott verloren haben. Aber da kann ich halt nicht so viel zu sagen. Wenn irgendein Typ deine Vierbett callt mit Asskönig73Rainbow und dann Tripsfloppt, klar ist das ein Vollidiot. Aber da kann ich jetzt nicht viel analysieren, weil in der Hand machst du sehr wahrscheinlich keinen Fehler in einem Vierbett-Pott. Viel interessanter sind halt die Hände, wo man halt knifflige Situationen hat oder wo man sich mal vielleicht mit einem Read weit aus dem Fenster gedehnt hat und auf die Schnauze gefallen ist und so. Und wo man dann viel diskutieren kann. Ich bin weitestgehend bei dir, möchte aber glaube ich in einer Sache entweder widersprechen oder etwas ergänzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, das große Problem ist für viele Leute einfach grundlegend zu erkennen, welche Hand besprechenswürdig überhaupt ist. Was möglicherweise daran liegt, okay, hier haben wir einen großen Pott verloren, dann schauen wir drauf. Ja, was ist da passiert irgendwie? Gegner, wie du eben saßt, spielt irgendeinen Mist. Plötzlich floppen irgendwie zwei Siemer und dann geht der Rest halt rein. Du verlierst die Hand. Naja, schön. Oder irgendwie wird eine Hand eingereicht, wo man dann sich denkt, naja, okay, gut, jetzt hast du hier irgendwie einen straight Flush und eigentlich geht es nur darum, zu überlegen, wie können wir jetzt das meiste Geld rausquetschen. Aber so die Dinge, die passieren, die wirklich, wirklich interessant sind und wo man was lernen kann, die passieren ganz häufig für viele einfach nur so nebenbei. Das sind so Sachen, die passieren einfach und die Leute denken gar nicht darüber nach, dass das möglicherweise was ist oder eine Tendenz in ihrem Spiel ist, die sie selber gar nicht erkennen und so eine Hand dann in so einer Situation möglicherweise gar nicht einreichen. Also ich glaube, grundsätzlich muss einfach so ein Bewusstsein schon da sein. Also du kannst jemanden, der das Spiel irgendwie spielen kann, der selber Hände auswählen soll, der hat möglicherweise häufig das Problem, dass er die völlig falschen Hände auswählt, wo man gar nicht so viel lernen kann. Dass andere Hände, die bei ihm mehr so untergehen, dass das eigentlich die wirklich interessanten Hände sind. Stimme mich total zu. Deswegen mache ich es auch in der Regel so bei meinen Coachings, dass ich meine Schüler ein Video aufnehmen lasse, wie sie selber spielen. Also wie sie einfach eine Session spielen online, drei, vier Tische, einfach eine normale Session, so viele Tische, wie sie normalerweise spielen, möglichst normal. Und dann gucken wir uns das zusammen an und dann sage ich, gebe ich so meinen Senf dazu ab, weil meistens sind es halt die Spots, wo man am meisten lernen kann, wo man gar nicht drüber nachdenkt, dass man da was falsch gemacht hat. Oder es ist noch, man muss nicht mal unbedingt was falsch gemacht haben, aber zum Beispiel gestern habe ich auch eine Coachingsession gehabt und da hat halt auch ein Schüler, der hat in gewissen Spots halt immer, hat man gesehen an der Art und Weise, wie er seine Maus bewegt und so. Seine Entscheidung war schon klar. Also er hat quasi Snap die Entscheidung getroffen, auch wenn er jetzt nicht immer sofort Snap Call gedrückt hat oder was weiß ich, aber der Mauszeiger war von Anfang an nur auf dem einen Button so quasi. Und daran habe ich halt gemerkt, er denkt gar nicht drüber nach, okay, was wären hier alternative Lines? Er überlegt nicht, okay, was könnte man oder wie könnte ich hier vielleicht noch mehr rausholen oder was für andere Sachen gibt es hier vielleicht zu beachten so. Und deswegen mag ich das halt, dieses Footage zu sehen, weil das halt so ungefiltert ist. Dadurch kriege ich halt einen besseren Eindruck von dem Game der Schüler sozusagen. Macht auch Sinn mit Aufnahmen auf jeden Fall. Ich kenne es aus Coachingsitzungen, die ich mache, dass ich Leuten halt auch beim Spielen so ein bisschen über die Schulter gucke, denn in die einzelnen Hände nicht eingreife, aber dann sage ich, wenn du in einem Zoom-Pool bist, schnell mal Sit-Out drücken kannst oder Rush in Cash, was auch immer, dann sage ich, okay, drück mal auf Sit-Out, wir müssen hier mal ganz kurz über ein, zwei Sachen nochmal drüber gucken und schauen uns dann eben die ein, zwei Hände an, die passiert sind. Also das kenne ich auch. Das macht Sinn, dass man halt wirklich alles mitbekommt, was so passiert. Und wie du auch schon sagst, wie sich die Maus bewegt, wie die Leute sich verhalten in bestimmten Situationen, sehr, sehr interessante Geschichte. Da werden wir heute auf jeden Fall nicht dazu kommen. Aber ich habe so ein bisschen, so ein paar Sachen. Hier steht, ich habe einen Ordner angelegt, ab Juli 2021 heißt der. Das sind so die letzten Überreste von GG-Poker, denn in Deutschland ist ja oft GG-Poker zu spielen quasi nicht mehr möglich. Dich betrifft es jetzt nicht unmittelbar, ne? Ah, nee, mich betrifft es nicht wirklich. Nicht wirklich. Von daher, das sind so die letzten Sachen. Der Rest, ich habe hier in letzter Zeit wieder ein bisschen, bisschen auf Stars Zoom gespielt. Hier haben wir schon 4000 bisschen was Hände drin. Ich bin dazu übergegangen, insbesondere on Stream, um sowohl Stream als auch Pokerspiel, als auch Chat und so weiter und so fort alles besser handeln zu können. Super wenig Tische zu spielen. Also ich nenne meine Streams einfach Single-Tablen und das steht jetzt immer bei Nummer 8, Nummer 9, was auch immer. Deshalb sind noch nicht so viele Hände zusammengekommen, aber ich glaube, ich merke einen Unterschied und ich kann viel, viel häufiger nach so einer Session von mir selber behaupten, okay, ich habe auf jeden Fall sehr viel richtig gemacht. Ich bin mit mir selber zufrieden. Okay, ja. Auch wenn man jetzt nicht so die Masse an den Händen reinkriegt. Aber wie gesagt, hier wird wahrscheinlich auch ein bisschen was dabei sein. So, du entscheidest, GG-Poker oder Poker-Stars? Hm, fangen wir mal mit GG-Poker an, würde ich sagen. Fangen wir mal mit GG-Poker an. Dann starten wir nochmal hier irgendwo. Mal gucken, was haben wir hier. Nehmen wir mal irgend so eine Hand und gucken mal hinein. Du siehst ja meine Bildschirmübertragung, glaube ich. Also sollte ja alles ankommen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, na dann, schauen wir doch mal. Also, UTG Folded MP Open Race, das ist der Kollege aus Mexiko hier drüben. Grüne Markierung, steht für einen schlechten Spieler. Der hat jetzt einen 22er V-Pip, was jetzt nicht unmittelbar nach einem schwachen Spieler schreit. Aber es gibt auf jeden Fall Gründe, warum der so markiert ist. Alles jetzt nicht random. Der Button callt mit rein. Ich verteidige meinen Blind mit 10, 10, 9, 4 Single. So weit, so okay gegen Min-Race? Oder ist das, wo du sagst, Multi-Way, Out of Position, einfach weg und nächste Hand? Ich finde es knapp, aber gegen Min-Race würde ich schon callen, weil das, also viele Leute neigen dazu, da extrem viel zu callen in dem Spot, weil es halt nur ein Min-Race ist und man kann auch mehr callen als normalerweise, aber man muss trotzdem vorsichtig sein, weil das Wichtigste oder der wichtigste Faktor eigentlich, vor allen Dingen, wenn man 3-Way ist, man sollte sich fragen, okay, wie oft habe ich eine Hand Post-Flop, die ich Value betten kann, die ich aktiv Value betten kann und wo ich nicht nur Bluff catche so. Und mit 10ern hat man das aber. Da floppt man ab und zu mal Top Set oder man hat ein gutes Vollhaus auf 10, 6, 6 oder sowas. Also da hat man schon eine Hand, die andere Hände dominieren kann und die ab und zu Value betten kann, was besonders wichtig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Hand hast wie Bube, 8, 5, 2 oder so, die wird halt ganz selten irgendwelche anderen Hände dominieren. Die wird halt häufig Top and Bottom Pair floppen oder Bottom Two Pair oder was weiß ich und wird immer in sehr vielen Bluff-Catcher-Szenarien sein, aber nie selber wirklich viel Value betten können. Und mit diesen Händen sollte man dann Pre-Flop aufpassen, selbst wenn man einen sehr guten Preis kriegt. Insbesondere Out of Position. Genau, insbesondere Out of Position, natürlich, ja. Also Blind verteidigen mit irgendwelchem Schrott einfach nur, weil der Preis stimmt, ist auf jeden Fall eine Sache, von der abzuraten ist, oder? Ja, ja, davon ist auf jeden Fall abzutaten. Deshalb ist die grundlegende Frage jetzt Pre-Flop, also wie schrottig ist meine Hand und kann man die in dem Szenario spielen? Aber ich denke mir, Min-Race, wie du schon betont hast, ist durchaus was, wo man den Dollar dann nachlegen kann. Gegen einen Pod-Size-Race würde ich es wahrscheinlich auch einfach folgen. Genau, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Alrighty, gucken wir mal, was der Flop bringt. 6, 8, Bube, Rainbow, wir floppen Open Ender, checken das Ding von vorne, Open Razor checkt und hinten gibt es eine Pod-Size-Bed am Button, die ich jetzt calle und der Initial Razor foldet. Ich finde das relativ dünn sogar zu callen. Ich glaube, es ist okay, unter bestimmten Voraussetzungen, aber ich sag mal so, in der Theorie sollte der Open Razor fast seine gesamte Range hier auf diesem Board checken. Das macht aber fast keiner, er ist recht nicht auf den niedrigen Stakes und dadurch wird er halt häufig einfach folden hinter dir, wenn du, also du, er wird ab und zu eine Hand haben, aber wahrscheinlich, also vor allen Dingen die starken Hände werden gewettet von den meisten Spielern, also wenn überhaupt wird er auch nochmal callen, aber nicht wirklich oft checkraisen. Aber in der Theorie sollte er fast gar nichts betten am Flop und dann dafür aber sehr aggressiv checkraisen, erst recht, wenn du auch callst. Und dagegen wird es dann blöd, weil wenn der noch alle seine Sets in der Range hat und alle seine Two-Pairs und so, und du blockst halt gar nichts davon, dann kann das schon häufig passieren, dass hinter dir dann noch der Checkraise kommt, was nicht so geil ist für deine Hand. Aber so, as played, würde ich sagen, passt das schon. Ich finde, man kann überlegen, deine Hand hier auch einfach zu leaden am Flop, weil wir haben halt so... Das ist ja die andere Frage gewesen, was hältst du denn davon, das Ding von vorne an zu spielen? Ich finde es ehrlich gesagt okay, weil du kriegst manchmal einfach zwei Folds, vielleicht nicht immer, aber du kannst auf jeden Fall stärkere Hände vom Middle-Position-Spieler rausfolden. Er sollte hier so Hände wie Aces und Kings sehr häufig folden, wenn du leadest, also je nachdem, welches Size du auch setzt. Also Aces und Kings, wir reden darüber Aces und Kings ohne irgendwelche Boni, also da ist dann kein Gutshot mit dabei oder irgendwas. Das kann er einfach wegschmeißen. Ja, und dann kann es zum Beispiel mal sein, der erste Spieler foldet Aces und der Button call dich mit 975 oder so, wogegen du sogar noch gut bist. Also das wäre auf jeden Fall eine Hand, die man sich überlegen könnte. Also ich sage immer so, die Hände, also abgesehen natürlich von den starken Händen, also man will natürlich, wenn man leadet, auch manchmal Two-Pairs oder Sets leaden. Aber davon abgesehen, gute Bluffs sind in der Regel die Hände, die so das untere Ende unserer Check-Calling-Range sind oder das obere Ende unserer Folding-Range. Und da fällt so ein Open-Ender, so ein blanker Open-Ender mit nichts dazu, fällt da ziemlich gut rein. Findest du die Hand besser oder findest du so eine Hand besser, wo mein Pocket nicht die 10er sind, sondern Pocket 9er oder Pocket 7er Teil der Hand ist? Weil ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir die Hand genau angucke, dass 10, 10, 9 die möglichen Straßenkonstellationen auf der Flop-Struktur ein bisschen weniger abloggt als sowas wie 997. Also du verstehst, was ich meine, oder? Nein, also das Problem ist halt, also ich sage mal so, 9910 wäre wahrscheinlich besser, weil wir damit ein bisschen mehr die Draws blocken. Ja, genau, genau. 997 hat halt das Problem, ja, wir blocken auch relativ gut damit, aber es ist nur eine Straight zu den Nuts. Und hier ist es schon ziemlich gut, dass wir einen Nuts-Straight-Draw haben quasi, also in beide Richtungen. Und mit 97 können wir halt Probleme bekommen, wenn wir halt eine 10-Turn sozusagen. Okay, ähm, wir schauen uns mal. Das ist immer so, ähm, wie oft können wir Value-Betten, äh, 3-Way halt so. Und 97 ist, also wenn wir eine 10-Turn, gerade wenn wir zwei 9er haben, ist immer noch eine relativ starke Hand. Aber können wir das wirklich Value-Betten, wenn wir einen Flop gegen zwei Spieler geleadet haben und dann einer called, vielleicht sogar im Sandwich oder so, dann hat er halt auch, dann sind wir schon gegen eine relativ starke Range unterwegs und können nicht mehr so häufig Value-Betten. Deswegen ist diese Nut-Equity total wichtig. Also Heisen 10-10-9 ist in dem Fall möglicherweise, möglicherweise S-Plates sogar ein bisschen besser, als wenn ich jetzt 9-9-10 hätte. Also 9-9-10 wäre ein viel besseres Anspiel als 10-10-9, was vielleicht ein bisschen ein besserer Call ist? Jein. Also ich würde sagen, es ist beides. Man kann beide, also man kann sowohl callen als auch leaden mit beiden Händen. Ich würde sagen, 9-9-10 ist vielleicht ein Tick besser, aber es nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Also es wird vergleichbar sein. Und auch, wie gesagt, 9-9-7 zum Beispiel, ähm, ist wahrscheinlich auch eine Hand, die trotzdem super leaden kann. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Hand nicht leaden sollte, aber ich glaube wahrscheinlich, dass wir mehr Geld machen mit 10-10-9, wenn wir leaden. Alrighty, ähm, wir schauen das gerade eben von dir angesprochene Problem am Turn direkt mal an. Es kommt eine 10. Ich checke immer, ein Gegner checkt. Mhm. Eher Standard, oder? Wenn wir jetzt hier setten und einen Flop nicht angespielt haben, werden wir einen Turn auch nicht unbedingt anspielen, oder? Ja, finde ich auch relativ Standard. Es kann sein, dass der Server hier manchmal so eine, ähm, eine kleine Bet raushaut, sowas wie, ähm, man setzt einfach 5 Dollar oder sowas am Turn. Aber, ähm, das müssen wir nicht wirklich machen. Und ich finde, also Check ist auf jeden Fall Standard. Mhm, mhm. Okay, ähm, River geht eine 6 auf. Ein Backdoor-Flush kommt auch mal an, aber insbesondere pehrt sich jetzt das Board. Mhm. Ähm, mit der kleinsten Komponente vom Flop. Äh, ich checke, mein Gegner spielt groß. Und, äh, nach einer, nach einer gewissen Überlegungszeit call ich das Ding nur. Ähm, was machen wir jetzt daraus? Hm, naja, du sagst ja nach einer Überlegungszeit so, was waren so deine Überlegungen? Ich hab, also meine, meine Überlegung, meine, meine Überlegung, ähm, war, also Folden fällt völlig aus, die Hand schmeißen wir nicht weg, das ist ganz klar. Ja, die Frage ist, haben wir hier, äh, haben wir hier eine Value-Bed, auch insbesondere mit den, mit den großen Stacks, die wir hinten dran haben? Weil wenn wir jetzt hier anfangen zu raisen, dann schmeißen wir gegen das All-In nicht mehr weg, weißt du? Oder gucken wir dann einfach, wenn's, wenn's zum All-In kommt, gucken wir ja einfach immer nur in Buben oder Sechser rein? Oder hat er vielleicht ab und zu Achter? Wobei ich dann halt mir überlegen muss, ist der, ist der dazu bereit mit Pocket-Achtern? Was, äh, auf der Ebene Full-House-Aufwärts ja quasi auch der letzte Platz ist hier auf der Boardstruktur. Ist er da, äh, mit, mit Pocket-Achtern dazu bereit, möglicherweise hier alles einzuzahlen? Also, ich war mir echt total unsicher und hab da im Endeffekt nur bezahlt. Mhm, mhm. Also, ich hab so, ich hab, ich weiß nicht, ich hab so ein bisschen die Gefahr gesehen. Ja? Kann mich noch dran erinnern, der, der Chat hat, der Chat ist ausgerastet. Der Chat hat gesagt, bist du faul, du musst doch raisen. Wie kann man so tight sein, wie kann man so tight sein? Deshalb hab ich die Hand mal gespeichert und fühl sie jetzt hier nochmal vor. Ähm, ja, ich find's, ich find's knapp. Zum Beispiel, wenn der andere jetzt hier Potzei setzt, dann call ich wahrscheinlich auch nur, auch wenn's ein bisschen tight ist. Ähm, das liegt einfach daran, dass man... berücksichtigen muss, dass es am Flop-Drei-Way war, so, und, äh, das halt, ähm, da muss man... Und der Gegner hat halt einfach von den Preflop-Kombinationen, die er spielt, wahrscheinlich mehr Buben in seiner Range als Achter, so. Ähm, und wir blocken keins von beidem. Und gegen Sechser sind wir auch noch hinten, ne? Auch wenn Sechser sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, wenn er aber kleiner als Dreiviertel setzt, dann würde ich trotzdem raisen. Wenn er so Half-Pot bettet oder so, dann, dann raise ich trotzdem. Und ich finde, man muss auch sagen, so, ähm, man kann auch trotzdem noch gegen das All-In folgen, selbst wenn man raced. Weil ich das für ziemlich unwahrscheinlich halte, dass jemand darüber blufft. Und dass, ähm, und dass jemand was Schlechteres als, ähm, als Thena value jammed, so. Also, All-In geht for value, so. Ähm, es kann sein, manche Spezialisten machen das, die sehen einfach Bubu 6 und denken sich rein damit. Ja, super, ja. In der Regel weiß, in der Regel kennt man diese Spezialisten aber so. Also, wenn man ein bisschen in dem Pool gespielt hat, so. Ähm, ich würde hier eigentlich was ganz anderes vorschlagen. Und zwar einfach, dass wir den River selber betten und selber leaden von vorne. Ähm, und zwar, glaube ich, oder was auch noch ein bisschen von Jackraise sprechen könnte, ist, dass, ähm, Buben vielleicht häufiger auch nochmal am Turn angespielt werden. Vor allen Dingen, wenn die noch ein Kreuz oder so dazu haben, dann betten die, also, oder zwei Kreuz dazu haben, dann betten die schon noch den Turn mal. Eins, wirklich, wow, auf, auf eine 10, wo wirklich mehrere Straßen ankommen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie eine Dame, wo nur eine Straße ankommt mit neuen 10, sondern es ist halt eine 10. Da kommt sieben, neun, neun Dame kommt rein, irgendwelche. Ja, aber, aber wenn du jetzt hier in Position sitzt und du hast so eine Hand wie König, Bube, Bube 9, vielleicht noch mit einem Flashtor, sogar ohne Flashtor. Also, du hast einfach einen Straßenblocker und noch einen Gutschot dazu in Höheren. Wenn du so, wenn du so viel Backup hast, wenn du so viel Backup zu deinem Top Set hast, naja, klar kannst du es nochmal setzen. Das ist, das ist logisch. Aber üblicherweise, üblicherweise wird Top Set behind gecheckt, oder? Ähm, ich würde schon sagen, aber ich würde es halt auch nicht unterschätzen. Wie viel Backup er haben kann, weil du blockst wirklich gar nichts. Du blockst kein einziges Kreuz, du blockst keinen König, keine Dame, gar nichts. Das ist richtig, ja. Und da spielen deine eigenen Karten auch eine Rolle, was du blockst und was du nicht blockst. Und was ich aber meine ist, selbst wenn er halt Top Set jedes Mal, oder meistens behind checkt am Turn, hat er trotzdem nicht mehr alle Kombinationen davon am River, weil er halt einfach die Guten trotzdem betten würde am Turn. Also, das heißt, er hat jetzt vielleicht 20% weniger Jacks oder so, sagen wir mal, im Vergleich zum Flop. Ähm, weil er diese 20% aller Jacks am Turn betten würde, sagen wir mal. Mhm, mhm, okay, ja. Ähm, ich würde halt am, aber was ich sagen wollte, ich würde am River selber betten und das ist ein Konzept, das kann man in vielen Spots anwenden. Wenn du out of position bist, ähm, am River und du hast eine Hand, die ist sehr so Second Nut mäßig so. Meistens willst du dann einfach selber von vorne anspielen. Es kommt natürlich auf diese Situation an, wenn du jetzt zweimal Jack Hall gespielt hast und hast irgendwie Second Nut Straight und der River ist eine Blank und der Gegner, also, dann willst du natürlich nicht leaden, weil du bist so im Bluffcatcher-Modus quasi. Ähm, aber jetzt hier, wenn der Turn check, check geht, oder wenn es ein Board Pairing, äh, ein Board Changing River ist manchmal, sagen wir mal, der Flush kommt an und du hast so den Second Nut Flush. Ähm, gerade bei Second Nut Flushes ist es so, da willst du dann wahrscheinlich eher leaden, weil der Gegner wird vielleicht ein Jack High Flush oder ein Queen High Flush, wird der einfach behind checken. Ähm, und wenn du uns, und er wird halt den Nut Flush und den Second Nut Flush vor Value betten, aber wenn du den Second Nut Flush hast, sind seine einzigen Value Betts halt quasi die Nut Flushes so. Ähm, und das heißt, du willst dann einfach selber betten, weil gegen, du würdest wahrscheinlich sowieso Jack Hallen, und du willst aber noch Geld von den niedrigen Flushes haben. Und hier ist der gleiche, hier ist ein bisschen so das gleiche, der, 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 die gleiche, das gleiche Schema so. Ähm, wir, wir folden sowieso nicht am River, das ist klar. Also wenn er eine bessere Hand hat, verlieren wir sowieso. Ähm, aber wir können halt noch viel Value zum Beispiel vom Flushes auch bekommen. Er kann halt, ähm, ohne weiteres auch mal hier irgendwie einen Nut Flush oder irgendeinen anderen Flush haben, der vielleicht einfach den River behind checkt, weil sich das Board gepaert hat, und du blockst kein einziges Kreuz, so. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass er dann einen Flush hat. Ähm, und da ist einfach, da, da, diese Hände wird er halt nicht betten, und dagegen verlierst du halt Value, weil die Hände könnten ab und zu callen, wenn du den River setzt. Und, ähm, ja, ich meine, ja, und du, du bietest halt auch noch so Hände wie 8-6 und so weiter. Also einfach selber hier leaden für, für ungefähr die gleiche Size, die er gebettet hat, finde ich ganz gut. Und wenn er dann raced, dann kann man immer noch überlegen, was man macht. Aber wahrscheinlich würde ich auch callen dann, weil er, weil ich denke, okay, er sollte auch mit einer Hand wie 8er racen am River, und dann, ähm, ja, wie gesagt, dann würde ich einfach callen. Okay, also selbst wenn wir jetzt am River selber hier die 14 anspielen, und er, oh, weiß nicht, wenn, wenn er jetzt irgendwie blind sagt, okay, geil, ich habe hier Full House Abfahrt und drückt auf Pod. Ja, ich meine, wenn wir jetzt liegen, und er wirklich eine Sekunde braucht, um Pod zu racen, dann kann man auch überlegen, ob wir dann mal forwarden wollen. Dann anderes Thema, dann anderes Thema, ja, aber, aber ich, in den, ja. Ich glaube, so, so erfahrungswertmäßig, weiß nicht, also, ich, ich, wenn da wirklich ein Race kommt am River, dann ist das halt kein Nutflush, und dann ist das wahrscheinlich auch nicht Bube 6, es sei denn, er hat gerade irgendwie, weiß nicht, schon sechs Stunden Online-Poker in den Knochen und ist ein bisschen unfokussiert und nachlässig. Aber üblicherweise, wenn dann da ein Race kommt, dann kommt es wahrscheinlich wirklich Snap, und es sind halt Buben. Aber von vorne anspielen ist eine super Idee auf jeden Fall. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, Bube 6 kann vielleicht auch mal racen. Pocket 8er, finde ich, sollten auch racen, weil du halt eher sowas repräsentierst wie, du repräsentierst selber sowas wie Bube 6 oder 8-6, wenn du hier den River bettest, weil du hast ja den Flop nicht gecheck-raced. Deswegen kann er sich da mit Bube 6 relativ wohlfühlen. Und was noch da hinzukommt, er kann ohne weiteres auch Bube 8 haben, und die Leute finden diese Bluffs auch. Also das ist nicht so, dass der Typ übelst aggressiv sein muss, um hier Bube 8 zu racen. Das finden die Leute schon. Also die betten den Flop mit Bube 8, checken den Turn-Behind und raisen den River. Also das denke ich schon, dass die das machen, auch auf niedrigeren Stakes. Klar fühlt sich scheiße an, wenn man in die Nuts guckt. Also dann callt man, sieht die Nuts und denkt sich ja, okay, natürlich hat der Nuts. Aber die Leute haben schon auch öfter Bluffs, als man denkt, in dieser Situation zumindest. Okay, also, bessere Option am River wäre also gewesen, anzuspielen, ähnliche Sizing wie er. Jetzt, wo es nicht passiert ist, sagst du, nur zu callen gegen seinen Sizing ist okay, oder sollte man hier eigentlich immer racen? Ich finde, es ist knapp, aber ich finde, es ist kein großer Fehler, nur zu callen. Also ich glaube, wenn wir racen sollten, werden wir jetzt nicht super viel mehr gewinnen mit dem Race, als mit einem Call. Okay. Aber, also, deswegen finde ich es halt knapp. Okay, also es ist knapp und es ist kein großer Fehler, nur zu callen. Das ist schon mal sehr, sehr beruhigend, dass du das sagst. Ja. Das ist schon mal sehr beruhigend. Wunderschön. Aber ist da so zum Start schon mal keine schlechte Hand, oder? Da haben wir doch ein bisschen uns was angeschaut. Pre-Flop-Range, mit was verteidigen wir hier aus dem Big Blind? Wie spielen wir hier quasi nackten Open Ender am Flop und so weiter und so fort? Da war doch schon ein bisschen was drin. Schön. Dann schauen wir doch mal, was die nächste Hand so zu bieten hat. Und sehen. Fold, 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 Button, Open Raced, Pod, wir drei Betten, 6, 7, 8, 10, Double im Small Blind, Big Blind Folded, Button, Called. So weit, 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 so Standard, so weit, so weit, so weit, so weit ein flop kann man überlegen zu checken halt aber kleine bett ist auch jetzt nicht so verkehrt wir blocken keins von dem ps und so er kann da ja schon durchaus zu press haben also ja finde ich okay liebe grüße an dieser stelle an pirna 1983 der auch gerade im chat ist glaube ich da müsste auf jeden fall noch da sein und zuschauen der hier mit am tisch sitzt aber keine funktion für die hand hat wie sehr wie sehr unterscheidet sich möglicherweise anspiel oder nicht anspiel plus sizing was die kartenstruktur des clubs angeht wir gehen davon aus es flop dreimal peak wir floppen den flash aber dann eben nicht als könig 4 sondern sowas wie 23 bube ist doch sicher ist doch sicher ein recht recht ausschlaggebende komponente die man hier irgendwie sich angucken sollte oder auf zwei drei bube würde ich auf jeden fall ein bisschen mehr checken als auf diesem board glaube ich obwohl es ähnlich ist so also ich sag mal so die 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 mono flops die auch rainbow gut für uns werden finden für den drei bett die können wir eigentlich relativ liberal cbetten also können wir eine hohe cbet frequenz haben mit einer kleinen mit einer kleinen size also hier 8 in 24 ist auch okay oder 8 in 24 ist okay ich tendiere sogar noch kleiner zu gehen zu so 5 in 24 oder sowas aber das ist jetzt das macht nicht so einen großen unterschied ich finde genau die 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 flops wo wir ein bisschen vorsichtiger sein müssen ist sowas wie dame 97 oder so mono oder wenn es straight möglich ist so 10 86 diese flops sind gefährlicher für uns also da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein mit den händen die wir betten weil wir da halt auch weniger weil der gegner mehr starke hände hat die kontinuieren können nicht nur flasches sondern halt sets und two pairs und straights und da müssen wir vorsichtig sein und müssen ein bisschen mehr checken aber auf diesen boards hier da können wir relativ weit betten weil selbst wenn uns hier attackiert wenn er irgendwie raced oder floated wir haben ja ganz häufig einfach auch aces und kings wir haben ein paar niedrigere flasches also wie den hier unsere range ist relativ stark und ist nicht so leicht angreifbar einfach hier auf diesen boards und deswegen können wir relativ weit c betten da geht es ja jetzt um unsere range wenn wir uns mal überlegen was unser gegner hier auf dem flop haben kann auf eben ass könig vier jetzt mal unabhängig von den farben aces hat er halt einfach nicht so aces werden in dem spot immer gefierbedet insbesondere von einem rack aus der ukraine so der macht ja da wahrscheinlich eher selten irgendwelche slowplay geschichten am button mit mit aces oder gibt es passiert so was ich mal ich habe sowas schon gesehen dass leute halt dann gegen eine drei wird aus dem small blind aces mal nur flatten insbesondere eher schwache aces ohne backup und denn denn ihr ihr paar asse in position eben port control und natürlich versteckt spielen das gibt schon ab und zu aber aber tendenziell sind ja hier so viele sets eigentlich nicht möglich kings ist so der allererste kandidat wir können immer kings liegen am button es ist halt super selten meiner ansicht nach ein paar paar vierer in seiner hand sollte auch eher selten sein geht er vielleicht mit sowas einher wie vier vier fünf sechs oder sagen mal er hat zwei pockets 77 44 sowas in der richtung aber er hat natürlich auch super viel wenn ihr hier am button race called hat halt einfach super viele top her sachen vielleicht two pairs also wir haben halt von ass und könig haben wir halt nichts ne also ich glaube jetzt also ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem was du gerade sagt ist dass auf auf damen 97 mehr vorsicht geboten sein sollte als jetzt auf dem flop wieso wieso nicht ganz also warum na was was ist jetzt wenn wenn jetzt dame 97 in pick flop was was ist da was könnte da unser hauptproblem werden einfach die die bot die bot pairing run out sind viel schlechter für uns er hat viele two pairs das wort wird sich ja mit einer gewissen frequenz hat bis zum revertieren und da können wir halt einfach nicht durchfeuern so und werden sie wenn wenn wir eine vier kommt am turn dann können wir sagen wir hurra und rein geht die gole so also also weil weil unsere range deutlich besser ist und viele aces und kings beinhaltet genau und was halt auch noch dazu kommt so ist selbst wenn wir mal ein set haben so auf dame 97 oder so wir haben ass ass 99 oder so es gibt halt so viele turns die eine straight bringen und wenn wir aber ein set haben wollen wir jetzt nicht unbedingt unsere hand im bluff turn auf diesem board so wir haben eine relativ starke hand aber wir werden einfach dann auch den turn checken rüber checken und ist also es geht check check und wir verlieren gegen das trade zum beispiel und das ist halt seltener der fall wenn wir halt natürlich hier können wir manchmal wenn der turn bube ist wird er manchmal irgendwie erst damit sehen haben oder so ja klar kann auch passieren aber halt insgesamt seltener du schaust in der konstellation jetzt komplett nur auf die range also dass wir jetzt aktuell hier mit dem 10 hoch flash da sitzen ist für für das also ich ich schaue schon auch auf unsere hand auf jeden fall also ich habe ja gemeint dass wir halt eine hohe frequenz ec betten auf dem board aber nicht unbedingt unsere gesamte range ich finde aber die hand zu betten hier ist okay für eine kleine size wenn wir halten plan für die späteren streets auch haben es ist okay für eine kleine size weil wir einfach viel value kriegen können von top her händen von sets und so weiter und dann können wir gucken wie wir turn und river weiterspielen das heißt ja nicht nur weil wir den flop betten heißt es nicht dass wir jetzt drei streets for value gehen das dachte ich mir auch wir können uns an dieser stelle direkt mal den turn anschauen wenn du möchtest den check ich nämlich gegner setzt 30 in 40 und ich call was machen wir jetzt daraus hättest du noch mal angespielt als allererste frage finde ich gut ich weiß nicht ob der solver manchmal anspielt aber ich finde es relativ eine gute und solide strategie einfach zu sagen okay ich habe hier im mittleren bis niedrigen flash den check ich einfach am turn und nehmen den als bluff catcher sozusagen finde ja finde ich auch ich meine wie gesagt wir können noch mal klein anspielen könnte man überlegen groß wahrscheinlich eher nicht mit dem bube hoch flash kann man schon auch groß anspielen denke ich aber mit dem tenner flash ist vielleicht ein bisschen mehr vor sich geboten und ja das finde ich gut gespielt ich meine folgen sollten wir nie im leben am turn wenn wir halt hier eine bad face und so und ja bis dahin finde ich es auf jeden fall gut ja okay river geht auf peert den könig wir checken erneut gegner geht all in und ja wie an der uhr hier unten zu erkennen es dauert es ein bisschen aber ich entscheide mich dann für den call gegner zeigt als könig und ich war ich war halbwegs entsetzt dass der dass der als könig aufmacht ja ich finde also ich finde mal wir sollten nicht also er sollte auf jeden fall ab und zu als könig hier haben oder full houses aber diese kombo von ihm nicht unbedingt wohl kein einziges peak blockt ja ich ich würde dazu tendieren den river zu folgen denke ich mit einer hand weil wir halt kein einziges full house blocken und ja und ich glaube dass die leute hier halt auch aufgeben weil es halt unsere range schon relativ gut trifft so also es kann natürlich sein dass er sich denkt okay wenn wenn der mark hier in full house hat dann würde er immer selber anspielen und deswegen wenn er checkt dann hat er nichts kann sein dass er dann einfach alles weiter feuert aber da liegt es dann halt an uns eine solide range zu zu kreieren so also dass wir halt auch ab und zu mal eine starke hand checken zum beispiel und auch überlegt ihr mal was ist so die was ist die schlechteste hand die du am turn calls so gegen seine size ihr bettet ja 30 in 40 37 ist halt die frage ob ich da mit sommer top 2 als könig klebrig bleiben würde ist halt die große frage nicht wahr ja selbst wenn es damit schon knapp ist dann wirst du wahrscheinlich als sechs als vier oder so das wirst du ja relativ einfach schmeißen würde ich sagen gegen gegen drei viertel und selbst wenn du diese hände hättest selbst wenn du ab und zu mal den turn calls mit als sechs oder als vier dann glaube ich du würdest einfach den river immer jammen so als bluff von vorne also wenn du ab sechs hier hast und es kommt ein board pair das du nicht hast dann solltest du von vorne anspielen soll ich von vorne wahrscheinlich den rest reinschmeißen ja das heißt halt quasi mit von den händen die du am river hast die du checkst es kommt drauf an so weil die also es ist halt oder der knackpunkt ist hier halt wirklich deine turn range wenn du als du wirst am turn sicherlich auch mal ein set check holen so pocket könige oder so und vielleicht auch mal aces dann hast du halt ein paar niedrige flasches wie den hier zehn hoch flasch und niedrigere flasches sicherlich auch und dann und das ist wahrscheinlich schon deine range so ne und dann überlegen wir halt welche hände davon hast du noch am river dann sagen wir halt so falls du mal two pair gecallt hast so als sechs als vier das schiebst du von vorne rein sowie auch wahrscheinlich einige sets dann hast du am river wahrscheinlich fast immer nur noch bluff catcher und du könntest halt sagen okay wahrscheinlich bettest du den queen half flash und den jack half flash am turn weiter dann ist ten half flash wahrscheinlich so der stärkste flasch den du hier haben kannst aber auf der anderen seite ähm pehrt sich jetzt am river das board das heißt ähm es ist auch wichtig full houses zu blocken und da ist es besser wenn du zum beispiel eine hand hast wie ass 9 8 7 mit dem 8 hoch flash ähm als der als 10 8 7 6 mit dem 10 hoch flash weil es es macht im prinzip welchen flasch du hast macht keinen unterschied weil er wird jetzt hier nicht den 9 hoch flash äh for value jam also du bietest keine value bets hier mit deiner hand in der regel ähm deswegen der flash den du hast der ist der ist komplett egal es kommt nur darauf an ähm was du blockst und da ist es halt besser ähm board pairs zu blocken also ein könig zu blocken wäre natürlich nice ein ass zu blocken wäre nice und deswegen würde ich dann sagen okay du foldest halt die flasches hier wie den die gar die absolut gar nichts blocken und callst dann mit einem mit einem board pair und idealerweise würdest du ab und zu auch noch ähm ganz selten aber ab und zu mal ein full house zum beispiel auch checken am river okay ähm aber wenn du also die die erklärung ist total einleuchtend und das dass ich hier mit mit einem bluff catcher bestenfalls noch blocker in der hand haben sollte zu den full houses ähm gut wir haben jetzt eine 6 aber die ist wahrscheinlich nicht so relevant weil die 6 äh nicht am flop auftaucht und er ja am am flop den call macht danach die action übernimmt ähm wenn doch aber nach dem was wir gerade herausgefunden haben das was ich hier habe 10 hoch flash so ziemlich das maximum von dem ist was ich überhaupt haben kann und sie sich jetzt hier auf river das board pairt ist das nicht ein ist das nicht eine board struktur wo sich äh für meinen gegner tür und tor öffnet da ein bluff zu spielen also zu ende zu spielen die frage ist halt welche welche bluffs hat mein gegner hier oder naja wenn wir darüber nachdenken ja nein also es wie gesagt es liegt halt an dir deine range dementsprechend zu koordinieren das heißt wenn 10 hoch flash das maximum hier ist was du haben kannst und die du nie in full house hast zum beispiel dann hast du deine range nicht konstruiert ja ich hab ja schon ab und zu ein häuschen also das ding ist ich drei bett halt auch aces aus dem small blind flop top set spiel klein check call turn wird den river auch nochmal checken ist jetzt natürlich äh für ihn äh ein relativ unwahrscheinliches szenario weil er selber eine ass in der hand hat dass bei mir jetzt hier gerade aces liegen und er hat full house kings aces ich habe aces kings also da fliegt es dann halt eh rein dann ist es set up insbesondere bei der river karte ähm aber ich wird hier schon auch ab und zu top set möglicherweise so spielen ja aber wenn du ab und zu top set so spielst dann hast du ja gar kein problem einfach den 10 hoch flash zu folgen weil dann ist es ja nicht mehr das maximum was du haben kannst also und selbst wenn du hier viele von deinen full houses leadest also ich denke du solltest ab und also die meisten von deinen full houses sollten auch den river einfach leaden ähm aber ähm dann ist es trotzdem so dass halt die ähm ja dass die blocker wichtiger sind und wenn du jetzt zum beispiel den 10 hoch flash hier callst dann solltest du auf also wenn du die hand callst solltest du auf jeden fall auch andere alle anderen flasches callen die den pair blocker haben weil das die besseren calls sind aber im prinzip sagst du dann wenn du weil im prinzip foldest du dann keine hand am river weil du callst jeden flasch mehr oder weniger ähm und dann sagst du quasi ja ich denke der typ overblufft und deswegen call ich hier und ich glaube aber nicht dass das ein spot ist wo overblufft wird ähm und du musst dich also ich fange immer bei meiner eigenen range an und die frage ist halt oder viele fragen sich halt am river immer okay wie viel muss ich hier callen wie viel muss ich hier defenden hoffentlich fold ich nicht zu viel aber man muss auch aufpassen dass man nicht gar nicht foldet weil dann ist man genauso exploitable ähm und das heißt ich gucke immer okay was sind die schlechtesten hände die ich hier in dieser situation haben kann ähm erstmal in in gemessen an der handstärke also der absoluten handstärke und dann aber auch in bezug auf die relative handstärke beziehungsweise in bezug auf die blocker so welche blocker will ich ja eigentlich haben und wenn ich eine hand habe die ist ähm ziemlich mittelmäßig hat aber sehr schlechte blocker dann habe ich ein total reines gewissen wenn ich die einfach folde dann mache ich mir gar keinen kopf so und selbst wenn er mal einen bluff hatte okay hat er halt einen bluff gehabt aber ich weiß meine anderen hände in der range die ich habe die call ich halt ähm und dann ähm dann bin ich schon mehr oder weniger fein raus ja mein gott ähm da haben wir ja die 50 dollar hier am river spannend investiert in den screenshot okay gute einsicht du kriegst halt auch einen sehr guten preis ne so ist ja nicht ja gut der preis ist gut 50 in 150 und wie gesagt das war jetzt auch kein snap call und irgendwie ja ich weiß der typ der bluff da super oft und ich call das jetzt und also ich habe mir meine gedanken gemacht so deshalb und die hand ist kritisch deshalb deshalb gucken wir uns die jetzt hier an von daher genau ja naja weiß nicht am ende hat sich für mich irgendwie wie ein call angefühlt hat nicht funktioniert da ging der pot verloren aber ja auch klar schöner klären insgesamt auch wie oft habe ich hier aces ne das ist die frage ja spielt man aces wenn ich hier top set flopper auf asskönig vier spielt man sie mal an wahrscheinlich auch nicht immer oder wann meinst du am river oder am flop ne ne am flop top set am flop auf dreimal peak wahrscheinlich auch nicht immer aber ich denke ich schon weil wir einfach obwohl das ding ist halt so auf dem bord wir haben nicht so viele flasches aber wir haben halt viele sets so von den er hat wahrscheinlich mehr flasches hier als wir aber deshalb ich finde auch das ist das kuriosum an der hand im grunde ist genau andersrum er sollte eigentlich viel öfter ein flasch haben und wir sollten eigentlich viel öfter ein full house haben aber es ist genau andersrum so das ist wie ganz ganz kurios an der hand und ich denke mal einer wie kann denn der jetzt wie also war wie kann denn der auf dem bord jetzt hier die line auspacken wo an turn groß spielt river pehrt sich sport wo wir ja eigentlich immer ein haus haben immer so wie sollen wir da kein wohl aus haben ja und jetzt spielt der ja und ich war völlig völlig entsetzt naja 10 hoch flasch ohne blogger folgen na gut okay schöne hand aber auf jeden fall wir machen wir meinen ordner hier kurz klein und schauen mal was hier in den händen im discord so gelandet ist oh gott oh gott oh gott was kommt hier alles auf riesig jetzt überhäuft er uns aber hiermit mit 28 händen okay wir schauen mal was hier vorher so gelandet ist heil leute eine hand von ach guck mal bernie schickt man hand bernie schicken wir gucken noch mal rein er schreibt dazu okay dann meine hand zum auseinandernehmen zur info ein spieler ist als fisch und der andere als vollfisch markiert das beginnt ja schon mal sehr sehr gut ist es brieflob gegen zwei sehr schwache spieler nach der aktion ein fold zweitens ist es am flop ein fold okay das sind die zwei fragen die er hat entweder brieflob folden oder flop folden ich richte hier mal alles her wir schauen mal rein also bernie ist hier unten bübbel bernie 2 warmflop haben wir utgen fold mp open raced pot cutoff foldet button called sb3 bettet pot big blind foldet mp open racer called und button genau button wo bernie sitzt called jetzt noch mal also er called quasi zweimal einmal gegen das open race und einmal im gesqueezten pot wo wo die action abschließen kann mit könig könig bube drei und karo also brieflob finde ich okay ich denke button können wir callen und wenn wir dann die action klosen gegen den squeeze am button ja es ist nicht super toll weil wenn ich die besten kings haben aber ich glaube es ist schon okay also ich glaube wir folgen so die allerschlechtesten hände die wir haben in der situation aber die hand kann glaube ich noch callen hier in position all righty dann floppen wir jetzt auf bube 6 3 floppen wir bube 3 2 pair sb check mp check bernie setzt hier klein 1 40 in 4 60 sb pottet mp called und jetzt fliegt hier der restliche schotter von bernie rein sb und mp sind beide dabei die offensichtlich dann auch noch was behind haben aber bernie ist jetzt hier auf dem flop gegen die action all in interessant ja das ist schon ausufernde action auf der bordstruktur genau ja es ist ganz interessant also ich finde erst mal muss ich sagen ich finde die bed size interessant die er gewählt hat am flop ich denke ist auf jeden fall eine bed size die wir haben sollten so eine kleine bett ich glaube ich finde das machen die leute zu wenig hier in position klein zu betten weil man man übt enorm viel druck aus auch mit dieser kleinen bed size auf den ersten spieler so wenn er hier einfach asas könig 2 hat wieder so was will er dagegen machen soll er jetzt callen und dann jeder jeder turn ist irgendwie scheiße für ihn ist halt extrem schwierig für ihn und er hat noch den spieler dahinter der all in gehen kann so ne das heißt man übt auf den ersten spieler extrem viel druck aus und ja und man gibt sich selber aber einen sehr guten preis für für die bet so so weit so weit zur bett sei es allerdings denke ich halt dass wir das eher machen wollen mit händen die mehr playability haben oder stärker sind also mehr bube 6 oder ein set oder eine hand die so ass bube mit einem flush draw oder sowas die die hat gar kein problem wenn wenn sie gekallt wird hier mit bube 3 wollen wir eigentlich dass die hand am flop vorbei ist so so wenn es reingeht okay geht rein aber wenn wenn es wenn die anderen beiden folgen dann ist auch okay das ist das wir gewinnen hier in 46 dollar 46 big blind pot das war das war das war auch so ein bisschen mein eindruck als ich die bed size eben mir angeschaut habe ich wird wahrscheinlich in der position wenn ihr vor mir check check geht und ich flop die two pair ohne backup ich habe kein kreuz keine straßenkarten nichts ich habe nur noch kings dazu ich würde es wahrscheinlich einfach potten und gut ist oder ja genau also mein instinkt wäre auch er dass wir potten beziehungsweise ich kann mir sogar vorstellen dass der server einfach behind checkt hier weil wir wollen ab und zu two pair behind checken wir wollen ab und zu ein full house haben wenn es durchgecheckt worden ist und dann könig könig bube 3 zu nehmen ohne kreuz ist so eins der schlechteren two pairs auf jeden fall die wir haben mehr oder weniger das kann ich mir vorstellen dass wir das machen und dann gucken uns halt am turnern was passiert ich kann mir sogar ich meine weil wenn es hier nämlich wenn jetzt genau das passiert was passiert dann ist es schon gar nicht mehr so geil dann weiß ich gar nicht ob das so profitabel ist soll inzugehen mit bottom two pair wenn dann dann haben wir auf jeden fall ein problem klar was also jetzt erinnert mich total an ein zwei hände die ich auch noch glaube ich liegen habe wo ich du sagst es gerade bottom two ist jetzt top und bottom also wir blocken in buben gibt schon mal irgendwie weniger top sets und so und wie sehen wir schwirren jetzt hier nicht mit sechs dreien dagegen drum sondern ist halt bube 3 ist schon ein bisschen besser das also der 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 hauptunterschied den den ich sehe ist halt mit bube 3 wenn wir jetzt hier gegen sowas spielen wie sommer nehmen wir die hand machen aus der 10 eine 7 unser gegner hat sowas wie 4 5 7 7 gegen die hand würden wir mit 6 3 verlieren wenn der bube sich pehrt gegen 4 5 7 7 verlieren wir allerdings nicht wenn die 6 sich pehrt wenn wir bube 3 halten das ist schon noch also bube 3 ist hier schon noch mal ein bisschen besser als 3 6 glaube ich aber nichtsdestotrotz aufgrund von übelst wenig backup und sehr sehr großer pot size zu dem zeitpunkt x wäre meine wahl hier wahrscheinlich auch pot size einfach setzen oder genau also ja finde ich auch also mit der hand schon ich finde wir sollten hier halt zwei zwei unterschiedliche sizes haben so und die hände die halt einfach das geld am flop reinkriegen wollen aber nicht nicht besonders gute playability haben so die sollten wir halt einfach potten aber wenn wir zum beispiel ein set haben oder two pair mit einem flasht oder wie gesagt einfach ass bube mit einem nut flasht oder so die hände die wollen ja ein call haben so wir wollen wenn wir ass bube mit einem nut flasht haben wollen wir dass der andere mit einem king half flasht oder so und dann können wir einfach ganz gemütlich klein setzen und viel druck auf die anderen ausüben so also mir mir gefällt der gedankengang hier generell hier klein zu setzen nur die handauswahl gefällt mir nicht ganz wir haben einfach zu wenig optionen wir haben vier outs auf dem haus so also ich glaube auch dass das das macht halt aus einer hand die jetzt zum zeitpunkt x gut sein kann die aber sehr sehr gefährdet ist dass das das ist mir irgendwie so ein bisschen slow play mäßig so ist jetzt mal klein ich will meine gegner mit schlechteren händen dabei behalten aber unsere hand ist ja jetzt nicht wahnsinnig stark und kann sich hier noch möglicherweise wenn wir das heising wählen gegen zwei gegner turn und river karten erlauben so da kommt ja oftmals auch irgendwelcher irgendwelcher ruß den wir gar nicht gebrauchen können also ich glaube ich gehe ich gehe da komplett mit dir hand in hand wenn wir sowas floppen wie top pair nut flush draw da gibt es ja wahnsinnig viele optionen dass wir irgendwie noch ein two pair dazu treffen oder am flash machen und so weiter es gibt halt wahnsinnig viele karten die uns helfen hier gibt es nicht so viele karten die uns helfen hier gibt es eher viele schlechte karten genau okay bist du damit einverstanden dass es nach einem pot size race und einem call hier drüben dann reingeht müssen wir in den sauren apfel beißen und die kohle hier rein tun oder oder folgen wir das ja auch ab und zu ganz ganz knapp aber ich glaube es geht schon rein weil ich glaube der erste spieler hat einfach zu häufig ein over pair und der zweite kann irgend irgend ein anderes gemüse haben so wie wir jetzt sehen ich meine hier hat sein gemüse ja noch ziemlich viel equity sogar aber ja ich finde es folgen kann man es wahrscheinlich nicht so aber wenn wenn du hier so 63 hast und das klein anspiel ist dann solltest du glaube ich schon folgen aber 63 sollte auch viel häufiger behind gecheckt werden hier denke ich habe ich habe eine ähnliche hand von mir im sinn genau mit mit bottom two ohne backup im drei bett pot multiway das ich glaube da kümmer kleiner mal reinschauen aber er ist du also du folgst das nicht hier gehen auf jeden fall noch die die der komplette stack geht hier hinterher und den daumen drücken und hoffen ja ja und was hier halt auch noch ein bisschen hilft ist halt dass wir die zwei könige falls der andere mal ein set hat so zum beispiel gegen set 6 haben wir noch zwei outs mehr so immerhin auch wenn jetzt der kreuzkönig nicht dabei ist und möglicherweise wenn zwei leute ihr geld rein tun mindestens einer mit einem flashtraum einer kreuzkönig bringt es vielleicht nicht unmittelbar ja aber so ein bisschen ein bisschen hilft naja gut ende vom lied dass das race ist incomplete beide kohlen der rest fliegt jetzt von beiden parteien am turn rein wo wir plötzlich herz haben aber gut da ist ja unsere entscheidung vom tisch am ende gewinnen wir die hand wie gesagt die frage war halt reicht es free flop um dabei zu sein du sagst ja button call und action abschließen und ja das hier da sind wir glaube ich da sind wir uns einig dass das sollte eine potzheiß bett sein ja ja all righty na gut dann hoffen wir dass bernie das dann im replay sieht der hat sich von scho verabschiedet aus dem chat weil er weil er irgendwie termine termine oder was hat er dazu geschrieben ach ja na klar sicher stadion die müssen ja qualifizieren die armen schweine all righty dann machen wir das ding zu uns kräumen weiter im discord bernie vielen dank auf jeden fall für deine eingereichte hand sehr interessant john g haben wir hier noch am start hier würde mich interessieren ob eine potzheiß bett oder direkt all in am flop das bessere play gewesen wäre mein plan war auf dem turn any blank zu pushen spr am flop drei wir haben es hier mit einer turnierhand zu tun die ich gleich mal ins bild packe drei zwei eins da ist auch schon so was haben wir denn hier 1000 2000 sind die blinds hat auf full wir sind vorhänden ja gut das passiert auf gg poker ab und zu dass insbesondere in omaha turnieren bei kleinen feldern dass man mal zu zu dritt oder zu viert am tisch sitzt das sind situationen die passieren da halt grund grundsätzlich kannst du kannst du grundsätzlich ein tipp geben wie man in solchen situationen spielen sollte weil naja gut okay auf gg poker spielen wir jetzt als als deutsche spieler die in deutschland wohnen nicht mehr so häufig grundsätzlich aber aber das passiert ja ab und zu dass wir super short handelt zum beispiel wenn jetzt irgendwie keine ahnung ein entscheidender spieler meldet sich an jetzt ist die zahl ungerade du wirst vom tisch genommen und musst mit dem jetzt irgendwie drei vier hände heads abspielen oder zu dritt oder zu viert oder so hast du da irgendwie so keine ahnung grundlegende es kommt darauf an wie wie gut man schon ist so also wenn du jetzt wenn man ein gutes preflop verständnis hat also für six max also 6m pro wird ja in der regel fast nur noch six max gespielt online es gibt fast ja um full ring tische das heißt wenn du schon ein gutes six max spiel verständnis hat hast und da vielleicht preflop ranges kennst vom plo trainer oder so dann würde ich gar nicht so viel ändern es ist dann halt so wie wenn einfach die ersten zwei positionen immer gefordert hätten oder so also mehr oder weniger da würde ich dann einfach so spielen also wenn du hier als first in bist dann spielst du halt wie du sonst am cutoff spielen würdest so quasi und in den positionen dahinter spielst du ungefähr die ranges die du auch gegen den cutoff halt callen würdest oder drei betten würdest und so weiter da ändert sich nicht so viel für für jemanden der halt vielleicht mehr live spielt und vielleicht das gewohnt ist einfach sehr tight zu spielen an einem eight hände tisch oder so live der muss natürlich schon beachten dass er halt deutlich aggressiver spielen muss so als als im vergleich zu ja als im vergleich zum live poker halt so weil er vielleicht häufiger oder im prinzip sollte er die gleiche situation oder auch die gleiche range spielen die er vom cutoff open raisen würde nur das ding ist ein live spieler der viel achthändisch spielt der kommt ganz selten in die situation kommst du kommst du kommst du in einem live game im cutoff niemals first in so dass das passiert halt nicht auf jeden fall genau das heißt du hast halt gar nicht die erfahrung wenn du ja live in anderen dingen situationen halt mehr bist so als als solltest halt ja ja sollte es relativ aggressiv spielen da im prinzip grundlegende tipps also ich kann jetzt sagen wie viel prozent der hände man ungefähr spielen sollte aber das hilft mehr wenn man das wenn man damit nicht so viel anfangen kann man sollte einfach sich mal ein bisschen das mit preflop tools angucken da kann man zum beispiel im pedo mastermind gibt es den preflop helper glaube ich für fünf oder zehn dollar im monat glaube ich das ist so ein discord bot da kann man hände hinschicken und der gibt dir dann sofort paar sekunden später die antwort was du mit der hand machen solltest von jeder preflop position so quasi oder man investiert mal einen monat in pedo trainer und guckt sich dadurch verschiedene preflop ranges an und so ja das würde ich dann empfehlen so ausruhe zeichen mastermind in chat für alle die sich die tools mal anschauen wollen ist auf jeden fall ist auf der website zu finden im grobe faustregel wenn du sagst ein bisschen aggressiver spielen sitzt da einer andere jetzt vielleicht zu hause und sagt ja aggressiver spielen schönen dank bei wo kann man denn in der starthand auswahl am ehesten abstriche machen was denkst du ist es möglicherweise die suited ist es die 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 korrelation zwischen den karten so wo werden sollte zum beispiel wenn man aggressiver spielt denn dann heißt ja auf jeden fall dass man mehr hände spielt mehr hände aggressiv spielt und so weiter und so fort du kannst jetzt nicht warten dass du immer irgendwie dreimal broadway christ und double suited so das funktioniert halt schaut ist so ultra schaut nicht wo macht man da die ersten abstriche du solltest einfach mehr hände spielen die drei oder vier hohe karten haben so grundsätzlich so jede karte oder alle hände wo du vier karten hast die acht oder höher sind solltest du open raisen vom vom cutoff wahrscheinlich so wenn du vier karten hast die sechs oder höher sind solltest du auch open raisen so als grobe richtlinie und dann viele hände auch oder viele karten einfach so als könig mit einem connector oder mit einem connector mit einer gap oder so als könig 97 als könig 86 als könig 54 oder so solche hände sollte man auch open raisen auf jeden fall und wenn du jetzt am cutoff bist und am button solltest du ungefähr die hälfte deiner hände open raisen so also ist natürlich auch schwer zu sagen so aber in der regel so wenn du drei hohe karten hast also drei karten die so neun oder höher sind also so könig dame 9 bube 10 9 ass bube 9 oder so und single suited bis dann kannst du wahrscheinlich open raisen und dann die hohen pairs natürlich auch so kings und queens jacks ja already dann haben wir doch schon mal eine ganz gute grundlage geschaffen für das was wir jetzt hier vorfinden wir sind nämlich im turnier und sitzen im small blind zusammen mit john g und schauen uns die hand mal an cutoff holdet button open raiset 5k john g entscheidet sich ass dame dame zwei double suited zu drei betten auf 17 der button called so weit so gut denke das da gehen wir alle hand in hand oder das das sollte war wahrscheinlich am ehesten genau so passieren wie es hier passiert ist nicht warum genau ja ja das ist absolut standard wie reagieren wir wenn der button noch mal drauf geht noch mal pottet sind wir dann hier schon dazu verpflichtet mit was haben wir 140k im stack nach der hand also dass wir haben wir schon ein szenario mit bestimmt wenn wir hier die 40 nach weg tun bei 180k wir haben hier schon 90 blinds ja der button hat glaube ich 100k behind button spielt ein bisschen über 100k also spielen wir dann dementsprechend sein stack 50 bis 60 blinds ja aber ich denke das ist dann trotzdem ein fold gegen die vier bett ja das heißt wenn wir hier vier bettet werden sollten wir vor allem in turnieren die leute haben halt einfach immer asse so das ist geil die leute haben halt einfach immer asse so ist es selbst wenn sie nicht immer asse haben soll also der muss wir sind ja sogar gegen könige hinten hier mit der hand sondern ja ja voll ja okay gut dann haben wir das schon mal geklärt glücklicherweise passiert das nicht button called nur wir spielen jetzt hier out of position den flop von 9 8 3 mit zweimal peak wir haben keine peak aber wir haben backdoor flush draw backdoor nut flush draw in herz john g checked gegner bettet 25 in 37 john g called ich schaue noch mal ganz kurz an was er geschrieben hat hier würde mich interessieren ob eine pot size bett oder direkt all in am flop das bessere play gewesen wäre ich sag mal wir haben hier 37 drin das habe ich vergessen stimmt im turnier kann ja direkt all in gehen so auf gg poker wurde es ja umgestellt dass du dass du postflop sofort alles reinstellen kannst ja das sollte auf jeden fall eine wichtige option für uns sein in drei bett pötten so wenn wenn die stack to pot ratio so bei drei bis vier liegt oder so oder niedriger dann sollten wir das auf jeden fall machen mit einigen händen unserer range mit dieser hand nicht unbedingt würde ich sagen ich wollte gerade sagen das ist mir auch ein bisschen wenig hier oder wir haben overpair schön und gut wir haben backdoor flush draw wir haben keinen straßen anschluss wir blocken jetzt auch keine relevanten straßen karten also gut ich meine mit 8 9 10 bube dame ja wir haben zwei damen blocken wir sowas wie wenn unser gegner jetzt hiermit mit mit zehn bube in open ender hat schön aber wir haben keinen peak wir haben kein paar ich finde es ist super knapp ich finde wir wollen mit der mit der hand wollen wir nicht wirklich klein betten damit erreichen wir nichts also klein wäre so half pot oder selbst pot size damit erreichen wir auch nicht so viel die frage ist im prinzip gehen wir hier all in oder checken wir und ich denke es da kommt es halt total darauf an was die stack to pot ratio ist und es sieht so aus als hätte ich hier noch 100k ziemlich genau behind der gegner bei einem flop von bei einem pot von 37k am flop das heißt wir haben hier so ungefähr eine stack to pot ratio von von drei ja schreibt oder zu sp am flop ist 3 ja und dann da dann ist es schon wirklich ganz ganz knapp mit einem overpair und backdoor flush draw also da es könnte sein dass wir gerade so eben genug genug backup haben und da was ich da gerne mache ist so ein bisschen ich gucke mir auch den vp ip vom gegner an wenn der eher hoch ist ich meine hier ist er eher hoch weil wir vier händen spielen dadurch spielt kommt man halt häufiger in eine position wo man spielen muss aber das ding ist quasi je häufiger der gegner halt einfach oder je weiter seine range ist desto häufiger hat er halt auch das board einfach verfehlt so und deswegen das heißt gegen den losen spieler gegen den fish zum beispiel würde ich hier einfach all in gehen gegen einen spieler mit einer soliden range würde ich wahrscheinlich einfach checken und dann wenn wir checken auch einfach folgen gegen diese große bett so weil du spielst ein flop eiskalt check fold genau ja okay ich meine was willst du halt wirklich erreichen mit der hand also wenn du irgendwas erreichen willst du dann am besten stellt halt von vornherein so das würde ich sagen es gibt wenn wenn wir ein bisschen deeper sind kann es sein dass wir dann halt auch check holen wollen oder wenn der gegner ein bisschen kleiner bettet wenn er so ist wenn er zum beispiel so 15.000 setzt in 37 oder so dann wird es dann wird ekelhaft für unsere hand so aber gegen die große sei es ist es schon meiner meinung nach relativ eindeutig also ein solver wird vielleicht ein bisschen sagen das könnte man vielleicht knapp am call dran aber ich glaube selbst ein solver folgt eher gegen die sei es und aber ein solver spielt halt gegen gegen die perfekte range und die leute hier in dem 50 dollar turnier die werden einfach viel zu viele value hände haben hier in der situation und value hände sind auch ein ist zum beispiel ein paar mit einem flash store ist eine value hand hier die sehr viel equity gegen uns hat die die sehr häufig gegen uns gewinnen wird das heißt wir sind gegen ganz viele hände einfach hinten ich meine selbst selbst wenn der typ hier so ein paar mit dem open ender anspielt so dann flippen wir halt so also es denn überhaupt also je nachdem welcher open ender und so ich wollte gerade sagen also egal was unser gegner hat wenn der gegner hier irgendwie sein seine starthand mit dem flop verbunden bekommt dann sind wir hier ja nie vorne mathematisch so wir haben immer 50 50 bestenfalls es wird ja also es wird ja quasi nie dazu kommen dass unser gegner jetzt blankes overpair buben rein stellt oder so reinstellen nicht aber es kann schon sein dass er hier das halt dass er das hier am flop bettet als bluff das soll ja nicht reinstellen ja ja du weißt schon was ich meine aber aber das sehe ich die leute halt viel zu selten machen so okay hier geht es jetzt check call bei john g obwohl du sagst tendenziell wäre ein fold angebracht turn peak 6 ich glaube da ist der ofen komplett aus oder da geht es hier jetzt check fold genau ja da kommen wir gar nichts mehr machen ja okay naja da ist die hand ja eigentlich weiß nicht schon schon noch gar nicht so schlecht gespielt turn findet einen absprung vor dem flop drei bett ganz klar aber du wärst wahrscheinlich noch ein bisschen noch ein bisschen enger gewesen was die flop struktur angeht ab einfach einfach am flop weg oder am flop all in also das ist schwierig zu sagen weil es halt wirklich ganz knapp aber da kann man sich zum beispiel auch die frage stellen so da kommen halt so ein bisschen überlegungen beim turnieren spiel okay wie viel wert ist mein stack hier oder will ich hier eher aggressiv spielen zum beispiel ich sehe gerade hier ist es ja ein bounty turnier und der typ hat auch ein bisschen höhere bounty also nicht ich glaube start bounty ist vielleicht 25 oder 12 50 beim 50er bayern sind glaube ich 12 50 start ja und 31 da ist schon ein bisschen was passiert da geht es schon um was und wir kann man ihn ja das heißt da bin ich wahrscheinlich sogar eher geneigt einfach zu sagen okay ich bin all in am flop aber von ich stelle selbst von vorne rein und nicht ich warte nicht darauf dass der andere bettet so und stelle ich es von vorne rein und selbst und wenn wir gecallt werden manchmal der andere two pair und wir können eine queen hitten oder eine drei oder was weiß ich wir sacken out und gewinnen aber noch das bounty on top ich glaube mit dem bounty das habe ich vorher nicht in betracht gezogen das ist wahrscheinlich relativ klarer all in dann einfach von vorne reinschieben hier bei der stack to pot ratio aber da bei diesen sachen muss ich immer dazu sagen mit vorsicht genießen immer genau gucken was ist die stack to pot ratio das heißt wie viele wie viel mal haben wir die pot size noch behind hier in dem fall ist die pot size ja 37.000 und wir haben noch 100.000 behind das ist das heißt die stack to pot ratio ist ungefähr drei wenn wir jetzt von der stack to pot ratio von sechs sieben acht oder neun sprechen dann sieht das ganze schon ganz anders aus weil da müssen wir viel mehr riskieren um kleinen pot zu gewinnen da können wir nicht mehr einfach mit ein paar damen rein stellen das ist per würden wir hinkriegen wenn zum beispiel es geht jetzt brieflob er op race wir call nur die blinds schmeißen weg dann haben wir wie 13.000 in der mitte er hat noch 120 110 120.000 hinten dran da stellen wir jetzt natürlich nicht einfach blind unsere queens von vornherein das macht ja keinen sinn genau genau weil spr noch viel zu groß ist ja oder zwei sachen noch ganz kurz du hast gerade meint dass mit dem mit dem bounty hast gar nicht beachtet ich bin der meinung ich habe dich letztens ich bin mir nicht sicher ob in einem stream oder in einem coaching video mastermind auf jeden fall gesehen wo du gesagt hast dass diese bounties wahnsinnig viel wert sind und du aufgrund der bounties in turnieren eigentlich dazu verpflichtet bist viel viel mehr zu gambeln und viel häufiger darauf gehen sollte so viel bounties ersten zu kassieren wie es gibt und dementsprechend so oft wie möglich deep zu sein dass du halt auch zugriff auf alle bauen dies hast stimmt schon beziehungsweise es kommt immer auf die die phase mal an in der man gerade im turnier ist so gerade am anfang vom turnier ist ein bounty relativ viel wert im vergleich zum zum start zum starting stack den man hat so da ist zum beispiel so weiß ich nicht wenn jetzt das bounty halt hier weiß ich nicht ich glaube du fängst mit 12 oder 50 bounty an oder so ne du kriegst sage ich mal sagen wir mal 100.000 sind kriegst als start als start chips dann ist es glaube ich so dass du ja quasi oder ich glaube die hälfte von einem beiden geht als bounty und also das ist von dem kann man dann gewinnen glaube ich oder sagst du gerade wie viel soll startstecks ein hunderttausend ist nicht start stehen ich glaubte ich in normalen in regulären turnieren ist glaube ich 10.000 start stack ich glaube in dem alt ist ja dass das millions dass das sonntags main event wo die final stage gibt ich glaube 20 oder 25.000 ist statt okay aber ist ja im prinzip auch egal jetzt einfach sagen wir als beispiel 100.000 sind start stack weil man es halt dann einfach rechnen kann dann ist halt quasi dein die 100.000 sind quasi 25 dollar wert die hälfte vom buy in ist ja quasi das was ins preisgeld geht und die andere hälfte in die bounty so ne glaube ich es kommt ein bisschen darauf an wie das verhältnis von bounty und buy in ist so bei den turnieren aber dann kannst du im prinzip rechnen halt okay die 25 dollar bounty ist 100.000 chips wert und das heißt du kriegst halt bessere orts quasi auf das was du auf deine place das heißt wenn du halt wenn du hier all in gehst dann hast du nicht nur die chance also wenn du all in wirst und gecallt wirst dann hast du nicht die chance den pot von 220.000 zu gewinnen sondern du hast die chance ein pot von 320.000 zu gewinnen weil das bounty noch so oder vielleicht sogar ein bisschen mehr wert ist in chips so so zu sehen sozusagen das heißt du kriegst viel bessere orts das heißt du brauchst halt also du investierst 100.000 mit deinen queens um potenziell ein pot von 300.000 zu gewinnen so das heißt du brauchst viel weniger equity um aufzustacken so also jetzt ganz einfach gesagt ich bin auch kein experte was die was die genaue mathematik da angeht also beziehungsweise ich habe da selbst zu wenig zeit reinvestiert das kann sein dass wir jetzt holdem bounty spieler da widersprechen würden beziehungsweise sagen würden ja nicht ganz so da müsste man die dann noch mal fragen aber auf jeden fall ermöglicht es ist uns leiter aufzustecken in diesen situationen das ist möglicherweise auch ein thema wo ich noch ein bisschen bisschen mich ja deutlich loser verhalten sollte also ich habe es beispielsweise mal hingebracht das kann ich auch mal öffnen das liegt ja warum bei den bildern ich habe mal ich war mal runner up bei der omaholic series in dem bounty turnier bin zweiter geworden im turnier hatte exakt null bounties 0 und habe es aber geschafft in dem heads up sogar chip leader zu sein zwischendurch ich habe meinen gegner am rande des ausscheidens dann kamen turn und river und dann war es wieder anders aber ich habe es mit der war der screenshot liegt hier safe noch irgendwo rum lass mich mal gucken der ist hier irgendwo ist der hier weißen das hier main event supersonic dies das erster platz dritter platz ach mist wo ist denn das ding das war echt geil da gab es so 700 dollar oder so aber doch mal hier oben in ecke liegt ja genau hier oben hier oben links ist das event 34 omaholic bounty cooldown zweiter platz von 103 spielern knapp 800 dollar null bounties es ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht sinn des im sinne des erfinders oder genau am zweiten am rechten screenshot hattest du auch glaube ich bis fünfter platz geworden auch ohne bounties hat man da auch gesehen das ist aber auch was was mir lange zeit auch so ging bei den bei den bounty turnieren ja und ich muss auch sagen ich spiele die nicht so gerne wie die normalen turniere ich finde auch also ich ist ich wird sicher dass da gibt es sicherlich viel stärkere spiele als mich was dieses bounty format angeht da ja was ich dazu noch sagen kann ist wenn man sich zum beispiel dass die kennen vielleicht auch einige gesponsorter pro von gg poker sascha ich weiß nicht ob das was sagt ja ja gelb genau und die spielt diese bounty turniere super aggressiv und man also es ist bei mir und meinen freund so ein bisschen so ein running gag dass das sie halt so immer ein vp ip wenn ich sie am tisch habe in den turnieren hat sie ein vp ip von 70 oder so und beim sechsten entry also die spielt wirklich jede zweite hand mindestens oder drei von vier händen ja und da denkt man sich okay wie kann das profitabel sein aber ich bin mir ziemlich sicher dass sie profitabel ist in diesen turnieren halt so weil man sieht sie regelmäßig am final table man sieht sie regelmäßig mit einem riesen bounty weil sie halt einfach sie gambelt halt früh für die bounties und wenn sie die bounties gewinnt dann dann snowboard sie halt so ein bisschen was dann dann ist ihnen der in der lager sie baut ein stack auf und ist in der lage immer mehr bounties einzusammeln einfach weil sie halt so wenn du halten 200 big blind stack hast dann kannst du halt ganz easy einfach mal für 20 big blinds gambeln wenn das bounty so wenn es ums bounty geht so naja du greifst du mal hier mit rein greifst du mal noch mal damit rein nimmst du mal den noch mit und plötzlich kommst du in so ein flow rein das ist ja beispielsweise was was mich halt auch immer oder was was wahrscheinlich viele von uns kannten jetzt in der zeit wo auf gg bucke gespielt haben liebe grüße noch mal in die chatbox es jeder von uns kennt die situation wir sitzen im turnier mit einem typen der eine 80er vp spielt und 370 big blinds hat chip leader ist und der zweitplatzierter hat 50 blinds so der macht der alter kommt einfach der kommt ins rollen wie du sagtest eben was sagtest du snowball oder was wie so ein wie so ein wie so ein schneeball deren berg herab immer größer wird immer größer wird einfach dann nimmt er das noch mit nimmt das noch mit in das noch mit da kommt dann natürlich kommt da natürlich so ein lauf dazu und da bist du einfach völlig aufgeschmissen es tut er schreibt gerade 70er vp und feuerball da ist er wieder ja das ist das klassische thema die leute haben wir immer in diesen turnieren jetzt kommt aber noch mal eine andere sache die ich an dem punkt noch mal anbringen möchte kann man sich diese eigenschaft von bounty insbesondere omaha bounty turnieren nicht zum vorteil machen und wie ich es eben schon ziemlich oft hinbekommen habe einfach unterm radar so bis ganz nach vorne durchschlüpfen ohne dass man irgendwie chips hat hast man stack von 30 blinds hast man stack von 15 blinds vielleicht auch mal von unter 10 wenn man da umgeht verdoppelt wieder bleibt die ganze zeit dabei plötzlich sitzt am finaltisch die leute basteln links rechts und am ende sitzt irgendwie im heads up mit keine ahnung was sieben blinds gegen jemanden der 180 blinds hat aber du machst halt nicht durch die bounties dein geld sondern du machst eben dein geld durch die normale auszahlungsstruktur weil alle übelst im gamble modus drin sind und und du letter ist einfach gemütlich ja und nein es geht natürlich schon also es mir auch schon öfter passiert dass ich so durchgekommen bin das problem ist aber du wirst während du das versucht ganz ganz oft einfach aufgesaugt vom big stack weil klar wenn du verdoppelst immer als short stack und dann am leben bleibt ist es gut aber der big stack wird halt nicht viel von gegen dich und der wird es regelmäßig mit 30 oder 40 prozent reinkriegen und die musst du halt auch erstmal gewinnen also wenn man sich mal überlegt wie unwahrscheinlich es ist dass man dreimal in folge mit 60 prozent equity gewinnt so also dass man nicht bastet das ist schon ist schon relativ unwahrscheinlich dass man überhaupt also dass man nicht bastet in diesen situationen so ja das heißt es ist denke ich möglich und es ist auch vielleicht profitabel aber es ist sicherlich nicht die ähm die variante mit der höchsten gewinnwahrscheinlichkeit oder mit dem höchsten erwartungswert okay so heißen bounty turniere geht grundsätzlich ein bisschen mehr zur sache als das bisher bei mir passiert ist genau ja na fein gut okay das allerwichtigste beim beim bounty turnier von anfang an spielen spät registrieren bei den bauten turnieren sollte man eigentlich so gut wie gar nicht machen also es bin ich komplett bei dir ja und ich es gibt sicher also ich bin da sicherlich auch schuldig dass ich zu oft in den situationen gamble bzw bei mir ist dann so okay wenn es halt das turnier am unteren bei in der unteren am unteren bei in ende ist von den turnieren die spiele das heißt wenn ich jetzt zum beispiel ein 500 dollar turnier spiele und 1000 dollar turnier und 2000 dollar turnier oder so und dann habe ich noch eins wird dann ist da noch ein 200 dollar bounty da bin ich dann vielleicht auch dabei und sagt okay scheiß drauf ich ich kaufe mich hier noch mal ein auch auch zehn minuten vor ende der laytracks ohne obwohl es eigentlich nicht so profitabel ist das problem ist einfach du startest denn halt in in den in den letzten fünf bis zehn prozent im feld weil du einfach mit startstakes super wenig chips hast im verhältnis zu den anderen und du hast halt einfach den zugriff nicht auf die bau und dies von den anderen spieler genau heißen erst mal geht es nur um dein geld das war es du kannst erst mal gar nichts gewinnen genau du du zahlst quasi das doppelte bei in von den anderen spielern so und kann sein wenn du gut genug bist dass du dann trotzdem noch profitabel bist ne und gerade was da halt noch hinzu kommt so oder beziehungsweise sag mal so wenn man wenn man überhaupt late dragon möchte in bau und die turnieren also natürlich wenn du jetzt innerhalb der ersten zehn minuten bast ist dann kannst du wahrscheinlich noch mal entern das ist jetzt nicht das problem aber so nach nach 30 40 45 minuten sollte man wahrscheinlich aufhören damit aber wenn man unbedingt noch mal reinhüpfen möchte dann in der allerletzten sekunde von der lager late registration das heißt in der letzten sekunde wo man sich noch registrieren kann weil oftmals das wird man sehen ist zu dem zeitpunkt schon die hälfte vom vom spielerfeld gebastet so auf gg weil du hast ganz lange oder das ist auf pokerstars glaube ich auch so mittlerweile du kannst dich für drei stunden lang einkaufen du kaufst dich dann am ende mit zehn zwölf 15 big blinds ein und alle haben dich wahrscheinlich gecovert beziehungsweise manchmal ist es so es kaufen sich noch zwei drei andere ein und wenn du ein oder zwei von denen am tisch hast dann cover die euch gegenseitig und dann kannst du sogar noch bounties gewinnen was nicht schlecht ist aber dann ist halt so weil schon so viele spiele aus dem feld gebastet sind so musst du nun nicht mehr so viele überleben bis du im geld bist so also ich hatte es auf pokerstars schon mal und das gibt es auf gg manchmal auch die situation da habe ich mich da habe am ende von der late rack waren 21 spieler im turnier mit samt mir und 17 spieler wurden ausbezahlt das heißt ich muss nur auf vier plätze überlegen und ich bin ja überleben und ich bin schon im geld so natürlich ist es nicht so natürlich habe ich keine chance mehr oder wenig chance bounties zu gewinnen aber allein die chance also die gewinnquote da schon also die chance da ins geld zu kommen ist ja verhältnismäßig hoch so im fall also ja dass das das schon profitabel sein wird so bei so einem bounty turnier hast du jetzt nicht den riesengroßen min cash aber du hast weitestgehend eigentlich erst mal deine kohle wieder raus und dann mal gucken was noch kommt aber da muss man das muss man halt wirklich von fall zu fall unterscheiden weil manchmal ist noch so okay 17 leute werden bezahlt und am ende der registrierung sind 50 spieler noch im spiel so ne und sich dann einzukaufen mit einem kleinen stack das macht halt gar keinen sinn all righty na gut dann waren wir mal kurz im turnier unterwegs insbesondere im omaha bounty bereich sehr sehr interessante geschichte für uns hier weil das sehr sehr häufig thema ist vielen dank an john g die eingereichte hand und riese hat gerade eben im chat noch mal sich ein bisschen spezialisiert er hatte hier ganz ganz viele hände eingereicht nummer eins und nummer vier sind die die am meisten interessieren von daher schauen wir uns die am besten direkt mal an gucken wir mal was wir da den riese so bereit behalten das tisch design sagt mir schon mal es handelt sich um ein satellite ist das richtig ja fünf vierziger step zum ggsf was was ist ein sf headliner 400 dollar pl o okay schauen wir doch mal also 200 400 sind die blinds riese openrace in erster position auf 1000 also kein pot size openrace ähm cutoff folded button called small blind called big blind called und riese called mit ass ass 84 okay sehr interessant da müsste man natürlich jetzt mal die stacks kennen ich sag mal hier drüben also offensichtlich gewinnt er den pot nicht hier drüben liegen 50.000 chips rum zu heißen hier war wahrscheinlich hier war wahrscheinlich stack mäßig noch ein bisschen mehr los als nur die 3k ähm 15.000 ungefähr glaube ich hatte er es oder 16 17.000 ich wollte gerade sagen wenn das hier zu dritt all in geht dann ist ja etwa so ein drittel möglicherweise davon seien es ähm jetzt die große frage mit dem mit dem call hier unten warum riesig stellt das hier nicht einfach rein oder was sagst du dazu suche ja also das ist da gibt es einfach ein pot oder ich glaube da reingehen also da gibt es gibt es gibt es gibt es gar keine andere alternative die frage ist immer jetzt hier vielleicht irgendwie auf der bubble oder irgend so ein käse aber doch mal selbst wenn selbst selbst wenn es die wappel ist geht es da rein beziehungsweise dann kannst du halt auch überlegen einfach zu folgen wenn also aber corn ist wirklich das absolut schlechteste mit diesen schwachen aces so gerade an der bubble du willst halt entweder aber ich glaube nicht dass die bubble ist weil dann würden wir nicht zwei leute haben sie noch die drei bett over core also ich kenne ja weil ich war ich in letzter zeit auch ab und zu so satellite geschichten mit gespielt habe ich kenne ja so ein bisschen die strukturen und wenn hier oben steht zwei seeds und fünf leute am tisch sitzen kann ich mir durchaus vorstellen dass vielleicht drei plätze bezahlt sind der dritte kriegt noch ein bisschen und es gibt halt zwei plätze fürs turnier und das hier wahrscheinlich der der finaltisch in diesem satellite turnier schon ist wenn ich mir die stacks so anschaue also ich glaube wir sind zu fünft und zwei plätze bekommen den seed obwohl wenn das ein fünf dollar step ist für ein 400 dollar oma turnier schwer zu sagen auf jeden fall also ich weiß nicht ob riesig sagt keine bubble keine bubble sagte er wollte save mehr money okay also gab es schon irgendwelche auszahlungsstufen vorher oder was jetzt kennen wir natürlich ein bisschen die auszahlungsstufen nicht aber unabhängig davon ich glaube mit den aces wird ja einfach immer gebottet oder also aces gehen da preflop immer 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 rein ja also reingehen man man muss noch ganz kurz mal dazu sagen wenn man sagt irgendwie man 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 schippt ist oder man man stellt rein oder so du bist bist ja im pot limit oma haben dazu gezwungen kannst du kannst du kannst du nur pot setzen oder man jammt man jammt jetzt halt nicht man setzt einfach so viel wie geht und der rest geht dann später rein also ich habe ich habe letztens also grundsätzlich das will ich vorher festhalten aces gehen preflop wenn man die chance hat das irgendwie reinzukriegen oder mehr als die hälfte von seinem stack reinzukriegen auf jeden fall immer alles rein so aber ich habe es gibt paar situationen wo man auch aces preflop foldet das sogar im cash game halt so die sind sehr selten aber die gibt es auf jeden fall und die meisten spieler kennen diese situation nicht oder folgen zeit nicht und das ist meistens in der regel oder es ist auch kein großer fehler wenn man es nicht folgen deswegen sage ich immer okay aces gehen preflop immer rein aber es gibt auf jeden fall diese situation und ich habe zum beispiel ich habe einen schüler den den coach ich der spielt der spielt relativ hohe live high stakes games und er meinte der verzweifelt manchmal weil das ist halt ein richtig softes game und es ist aber oft so dass die leute einfach in den ersten zwei stunden kaufen sich alle short rein und alle sprühen einfach alles rein was irgendwie double suited ist preflop oder irgendwie ein bisschen playability hat da bist du das ist schon luxus ein und das ganz oft 34 way all in oder sowas vor dem flop halt so und dann habe ich mal ein bisschen rumgespielt habe mir weil ich meinte ja okay nein die guten hände aces und so geht alles rein so da habe ich mal ein bisschen rumgespielt mit dem kalkulator so also mir ein bisschen so verschiedene equities ausgerechnet gegen verschiedene ranges und wenn du wirklich sehr schlechte aces hast und es drei oder vier reingeht selbst wenn die anderen so ganz lose ranges haben 70 prozent ihrer hände spielen oder so dann bist du eigentlich nur breakeven mit deinen aces suchen das ist ganz interessant so wenn man also wenn man gar keine full equity hat preflop mit schlechten aces und es geht drei oder vier rein also heads up ist es immer gut ist es egal selbst wenn der andere bessere aces hat ist das ist schon gut aber so drei oder vor allen dingen vier way oder fünf way sogar da performen unsere aces gar nicht mehr so gut wenn wir wirklich so die allerschlechtesten so as as 82 rainbow oder so da kann man sogar manchmal über ein fold nachdenken in bestimmten situationen aber also wenn es reingeht ist es auch okay weil es ist halt mehr oder weniger break even so dass das reinzukriegen so ne die situation ist quasi mehr so okay sagen wir mal an so einem live tisch irgendwie einer open race ganz los der nächste drei bett ganz du es und dann der dritte over call noch die drei bett und es ist quasi klar dass es all in geht und du sitzt jetzt im big band hast ganz schlechte aces und du weißt du hast keinerlei fold equity dann kannst du vielleicht einfach sogar folgen was ich vorher niemals gedacht hätte aber es ist im prinzip du gewinnst kein geld damit wenn du halt da rein stellst okay ich also ich glaube das ist eigentlich eher kontraproduktiv wenn ich jetzt darüber rede weil haupt die 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 hauptstrategie ist aces all in preflop so das sollte man sich merken also wenn 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 immer es möglich ist auf jeden fall aces all in preflop oder vier betten preflop bis zu einer stack sei es also alles 100 big blinds und niedriger sollten aces immer reingehen auch drüber eigentlich bis 150 big blinds sollte man immer aces vier betten wenn es dann noch deeper wird kann man drüber nachdenken so ganz schlechte aces nicht mehr zu vier betten aber das wirst du im turnier nie haben die situation eigentlich dass du so 200 big blinds die das unglaublich die bist und sich jemand in das risiko begibt der selber keine aces hat dann gegen aces so ein riesengroßes pottspiel es sei denn da gemmelt jemand rum wir können eigentlich mit der hand glaube ich an dem punkt schon abschließen weil wir haben jetzt ein spr von 1 hier sind 14.000 drin hier geht es noch um 13 9 und 12k und riesig hat auch etwa pot behind also viel passiert nicht mehr wir floppen hier top set und da kommt noch ein flash draw und alles mit dazu also der rest geht dann halt danach irgendwie rein ich meine mit top set hier noch mal tricky irgendwie den flop checken ist nicht oder wird es denn hier möglicherweise am flop einfach rein tun kann man wohl am flop auch einfach rein tun dass ich habe halt überlegt also man will eigentlich auf dem acer flop nicht so wirklich liegen gegen den drei bett aber der drei bett wird sowieso super ehrlich hier spielen weil dagegen drei andere leute spielt also der wird jetzt hier nicht anfangen irgendwie eine hand wie könig könig 10 zu c betten oder so deswegen ja finde ich es geht halt einfach also man kann auch von vorne hier anspielen mit checken finde ich auch okay wir haben auch noch den backdoor flash jaw und ja ich finde das nimmt sich nicht so viel dann das kreuz ist auf jeden fall kein fehler wir haben das kreuz ass jetzt hier in der hand inwiefern ist das wichtig bei dem kleinen spa ich meine also wenn hier irgendjemanden flash macht mit dem spa von 1 dann ist der rest ja eh drin da können wir uns das können wir uns das kreuz ass auch in die haare schmieden oder also das ist ja was das einzige was halt passiert ist dass wir ein bisschen mehr fold equity haben oder vielleicht folgt ihm zum beispiel der der in position spieler folgt vielleicht seine hand am flop wenn wir hier all in gehen und er hat noch spieler behind also der typ hier mit 5 7 8 6 oder oder ist das der out of position ich weiß der 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 kollege ist out of position der ist out of position ja die frage ist halt die frage ist halt wenn wir jetzt hier ein flop reinstellen ist er hier verhaftet fühlt er sich verhaftet mit nichts mit gar nichts nur sieben hochflashtrohr ich glaube er würde sogar folgen also würde ich von außen möglicherweise ja möglicherweise immer was hat er hier er hat gutshot auch kein paar nichts dazu wenn wir hier im flop reinstellen dann haben wir das ding wahrscheinlich ja ja das stimmt schon es kommt halt immer darauf an vorbei ist es halt auch schon immer gut halt den pot einfach mitzunehmen weil selbst wenn der eine hat jetzt halt nur den die hand die ja hier hat so ne fünf sieben acht sechs einfach sieben hochflashtrohr dann der nächste hat halt dame bube mit dem backdoorflashtrohr und der am button hat vielleicht sogar so was gefordert wie könig könig dame oder so alle die hände haben nicht viel equity gegen aces aber alle zusammen alle zusammen haben plötzlich viele außen wir spielen gegen drei hände und sind mit unseren aces dann halt auch bloß noch so bei was weiß ich 40 prozent oder was wir sind natürlich insgesamt wenn wir zu viert all in sind hier mit top set aces 40 prozent haben dann nehmen wir ja natürlich schon mal ziemlich viele prozente von den anderen weg aber die chance dass wir am ende damit durchkommen ist natürlich trotzdem noch total profitabel ja ja total gesehen relativ klein na ok auf jeden fall wird jetzt hier gecheckt am turn fliegt der rest rein mit nuts und verlieren am rüber gegen den backdoorflasch was ja aber im ergebnis ja nicht klar ist nicht schön aber gut das passiert ist ich denke der haupt fehler passiert wahrscheinlich brief flop frisi hat auch noch mal ein chat geschrieben auch schwache aces immer raisen dachte dass das nicht so gut ist denn wenn ich einen call bekomme und der flop nicht gut ist habe ich gut stack verloren naja das ding ist du frisi und das können wir wahrscheinlich jetzt abschließend noch mal sagen du hast hier die chance nahezu dein kompletten stack rein zu kommen und das ist der große vorteil du hast danach keine entscheidung mehr du bist gut drin mit deinem es ist alles alles okay wenn jetzt der wenn jetzt der komplette tisch natürlich called dann könnte es am ende eng werden das ist uns allen klar aber der spot der spot ist weltklasse der ist wirklich super und dann müssen es ist wahrscheinlich einfach rein ja genau ich sage auch so post selbst wenn du bezahlt wirst so und es geht mehr oder weniger auf jedem flop fast rein die einzigen ausnahmen sind flops auf denen eine straße möglich ist oder auf denen ein flash möglich ist also die mono flops oder eine straße möglich ist aber selbst auf den flops wo eine straße möglich ist geht es selbst auch noch ziemlich oft rein so kurz den rechner rausholen was haben wir denn hier 36 mal drei plus 36 plus 36 plus noch mal 1k in den blinds wenn du hier pot ist dann kriegst du zwölf und halb bis dreizehn tausend rein das ist ja wahrscheinlich etwa dein stack also quatsch 369 ach mehr sogar noch viel mehr quatsch da ist das race noch gar nicht mit einberechnet du kommst ja all in du kommst ja brief ob einfach all in und das ist das thema beendet genau das denke ich auch okay aber interessanter hand man eine situation aus dem satellite mensch wir gehen ja heute alle alle möglichen hand kategorien durch satellite hat man schon bau und die hat man schon cash game dann gucken wir auf riesige hatte noch handnummer vier fand da noch ganz wichtig dann gucken wir da auch noch mal rein 1 2 3 4 und wie gesagt wenn die anderen alle nix groß gepostet haben dann riesige darfst du auch gerne zweimal dran glauben schauen wir mal was hier so passiert ist oder es riecht aber ganz schwer nach brief lob all in auf dem handy geiler screenshot ok also blind sind 57 1 5 utg erhöht auf drei minrace risiko als könig 4 3 single suited aufs as button drei bettet pot glaube ich 369 12 ja ist pot 14 250 utg stellt rein wie sie folgt button called und wie sie ist nicht teil dieser hand und stellt jetzt hier die frage hättet ihr gecallt wenn ja warum ich glaube da müssen wir wahrscheinlich erstmal hier bei oben bei den call 3 3000 schon anfangen oder genau genau ja also das sollte einfach schon direkt ein fold sein als könig das ist eine hand da habe ich da eben drüber geredet so als könig mit einem connector oder so das kann man vielleicht open racen am cutoff aber wenn schon einer vor uns in der hand ist dann schmeißen wir das weg da das ist zu schlecht einfach die hand denke ich auch insbesondere der kollege der hier neben sitzt hatten 13er vpp wir wissen jetzt nicht die umstände wie die 13 dahin kommt aber ist ja tendenziell schon eher klein und wenn der hier utg in open race spielt dann ist das natürlich noch mal mehr ein grund dafür dass wir die hand folgen sollten also wenn wenn er hier utg foldet kann ich mir auch vorstellen dass wir ask könig 4 3 single suited zum as eröffnen kann ich mir gut vorstellen aber wenn vor uns das open race kommt dann schmeißen wir einfach weg wir haben halt den kompletten tisch noch hinter uns hat es auch immer so was ich was ich hier noch unbedingt anmerken möchte ist wenn wir den wenn wir hier sehen was der spieler hinter uns macht so der der squeeze team mit 10 954 auf der einen seite ist das natürlich schön für uns weil der stellt hier irgendwelchen müll rein so quasi aber für unsere hand ist es nicht wirklich gut weil selbst gegen schwache hände pushen wir nicht wirklich equity wir sind nicht wirklich vorne gegen sogar gegen eine schwache range das heißt wir können hier nicht wirklich auf den warten und dann sind wir glücklich damit das geld hier rein zu kriegen wie wir auch sehen wir folgen dann ja das heißt aber und man sieht aber der typ spielt halt also sehr wahrscheinlich hat er vorher auch schon ähnlich gespielt wenn er diese hand hier squeeze dann wird er auch viele andere hände finden zum squeezen es kann natürlich sein dass er jetzt gerade vorher eine große hand verloren hat und dann auf tilt war oder so weiß ich nicht genau aber wahrscheinlich konnte man das schon vorher absehen dass es hier häufig zu einem squeeze kommen wird und insbesondere dann wollen wir sehr tight callen dann wollen wir halt eigentlich unsere stärk dann wollen wir eigentlich den ersten spieler gar nicht mehr drei betten sondern wir kommen alle unsere aces und kings wie queen jack 10 9 double suited und so und dann wenn der andere squeeze dann können wir selber all in gehen ja genau um eben dann vernünftig auf das squeeze was hinter uns passiert gut reagieren zu können weil dann haben wir plötzlich position so haben wir gar keine position so kann man das was neben uns passiert ist sie kommen drei leute hinter uns die brief lomb noch agieren können und wir wissen gar nicht was los ist wenn wir allerdings wissen dass das hinter uns so ein aggro sitzt der alle möglichen spots nimmt um zu drei betten dann ja gehe ich da auf jeden fall mit dir hand in hand dann kommen wir so ziemlich alles und trappen halt dann auch aces und solche geschichten wenn es nicht funktioniert naja mein gott dann haben wir noch aces und müssen halt gucken wie wir uns da post flop durchmogeln aber aber wie gesagt wenn hier zehn 954 wenn das hier eine drei bett ist dann ist hier wahrscheinlich feuerwerk aber die 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 starthand auswahl denke ich ist hier ist hier nicht so genau das ganz große ding also das wird wahrscheinlich den fold finde ich dann gut weil gerade der erste spieler selbst wenn wir wissen dass der button los ist der erste spieler wird wahrscheinlich schon eine hand haben wenn sie reingeht da darf man jetzt nicht zu sehr am sich am resultat hier orientieren so sondern das war schon okay dass pre flop zu folgen ich meine du verlierst wahrscheinlich einfach 3000 zu viel aber ich glaube auch der hier unten der fold der ist total in ordnung ist auch das ist auch was trotzdem was gutes weil viele neigen dann dazu die sagen ach ja jetzt habe ich die 3000 sowieso schon schlecht bezahlt jetzt kann ich den rest auch noch bezahlen aber nur weil man einen fehler gemacht hat in der hand heißt das nicht dass man mehrere fehler noch dahinten anschließen sollte so das ist dann einfach so sehen okay die 3000 das war schlecht aber das ist jetzt in der vergangenheit dass das ist weg das kriege ich nicht mehr wieder das einzige was passieren kann ist ich kann nur noch mehr geld hinterher feuern schlecht und das wollen wir dann vermeiden halt deswegen das finde ich gut dass er dann den fold auch gefunden hat wobei ich dir da ein bisschen entgegentreten muss es gibt szenarien und das nicht zu selten das solltest du eigentlich auch wissen omaha wo du wo du einfach in einer in einer spiel situation steckst in der jede entscheidung die du hast dazu führt dass du geld verlierst du versuchst einfach nur noch irgendwie das geringste minus zu wählen es ist nicht ganz also weil es kommt darauf an wenn du halt wenn du jetzt zum beispiel hier kannst du halt ganz klar sagen also du kriegst halt eine du verlierst halt in jedem fall 3000 so ne und die frage ist halt was das konkrete handbeispiel angeht bin ich komplett bei dir was die hand angeht ich komplett bei dir aber es gibt grundsätzlich im omaha situation wo du eben diesen sachen hinterher rennen musst und du bist dann dazu verpflichtet weil der der preis stimmt du musst kohlen und so weiter dann ist es nicht dann kriegst du das restliche geld nicht schlecht rein sondern dann ist das restliche geld profitabel ja wenn ich meine man soll halt nicht das restliche geld unprofitabel reinstellen so wenn du halt wenn du pot committed bist und du kriegst die richtigen orten du hast dann profit profitablen call danach dann ist okay dann musst du halt du musst halt dementsprechend weiterspielen du sollst dann weiterspielen wenn es danach profitabel ist so das heißt wenn du danach die richtigen orts kriegst dann stack halt auf so aber wenn wenn du selbst danach zum beispiel weiß ich nicht es geht jemand es geht jemand all in am flop dann also zum beispiel du bezahlst hier schlechter preflop und jemand bezahlt geht all in am flop und du hast einfach ein top pair und der andere schiebt für den großen also für zweimal pot rein oder so sagen wir mal in einem no limit turnier hier übrigens ach nee doch nicht ich dachte gerade es ist pilo 8 ich habe pilo und dann 8 seeds gesehen ich dachte pilo 8 dann wäre es vielleicht noch mal was anderes mit der ich wollte gerade sagen für high low ist ja eigentlich eine okaye hand ja ich dachte gerade vielleicht war es das aber dann war es wohl doch nicht was ich im prinzip meine ist so wenn es danach dann noch danach dann müssen wir halt am flop die entscheidung treffen okay können wir jetzt hier profitabel auf stacken mit unserem top pair zum beispiel oder nicht und dann ist es egal ob wir vorher 3000 bezahlt haben oder nicht sondern dann kommt es darauf an okay wie ist jetzt die situation hier am flop das meinte ich all righty na gut frisi da hätten wir ja zwei hände immer durch wie gesagt die 3000 sind ein bisschen viel aber den fold noch rechtzeitig gefunden wie sie schreibt noch puh dann das war genau früher mein fehler seitdem ich mag im stream verfolge finde ich viel eher ein fold erfolgen kann man bei mir auf jeden fall lernen wobei wahrscheinlich wahrscheinlich folge ich auch immer noch ein bisschen zu viel okay fein dann sind wir mit den diskord hinten zumindest mal durch ich glaube ich habe eine geile sache die mich an die situation erinnert wo wir vorhin dieses dieses diese two pair geschichte hatten könig könig bube 3 du entsinnst dich ähm da gibt es noch was sehr sehr schönes ich muss mal gucken ob ich das hier auf anhieb finde das ist es nicht das hier ist es nicht obwohl es auto pair sind lass mich mal schauen wo die hand ist die hand ist die hand ist echt geil das ding ist es die hand ist es absolut legendäre hand die war im stream hier die wurde sehr sehr umfangreich besprochen schon jetzt lassen wir dich da mal dran also ähm utg fold mp fold ich openraise könig könig 4 3 ähm cutoff button 3 bettet sb cold called ich schließe die action ab und call das ding mhm ja finde ich okay denke ich die preflop line denke ich das hatten wir ja relativ deckungsgleich vorhin schon mal das sollte eigentlich passen ja ähm und jetzt haben wir das genau das ding eben äh flop bringt 9 4 3 rainbow wir floppen bottom two mhm und bitteschön sb check wie spüren wir die hand jetzt weiter und da kommt noch ein bisschen was also ich setze hier 37 bin später roll in für weitere 100 also habe ich hier 137 hinten dran ähm hier hat einer 80 hinten der button hat uns alle covered also ich würde den flop hier nicht lieben das gefällt mir nicht so ähm selbst wenn es drei war ist aber das ist halt einfach so dass eins der trockensten boards überhaupt es ist total gut für den imposition player da wird hier ganz viele aces einfach einstellen oder so zumindest ähm da würde ich einfach gar nichts lieben und dann einfach mal gucken was passiert so ähm auf so einem trockenen board ist es schon sehr schwer sich von zwei parts zu trennen äh zu trennen auch drei ähm ich finde es aber total knapp also wenn halt wenn du hier für port size lead ist und der button dann drüber geht und der andere auch noch callt so ach es ist halt wirklich knapp weil selbst wenn der 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 call zum beispiel eine hand hat wie äh weiß ich nicht 10 9 8 6 oder so ähm und der button hat aces dann haben die beide zusammen auch extrem viel equity gegen dich so also es ist schon sehr schwer für dich die hand irgendwie zu gewinnen ähm auch gegen zwei leute also du hast halt auch nicht weh du bist natürlich nicht crushed also gegen die zwei hände ähm aber es ist auch nicht so geil und du kannst halt auch einfach tot sein gegen sets oder two pairs so auch wenn sets und two pairs nicht so wahrscheinlich sind ähm das denke ich mir auch also also bei dem spieler beim small blind halt fragen was für hände hat er hier die all in gehen so also häufig sind auch hände die drei bets overcorn so double pairs oder so wer dann schon mal ein set getroffen haben kann so 9 9 8 8 oder oder hier hat er ja 10 10 9 9 oder ähm das das höchste der gefühle für dich wäre quasi wenn er so eine hand hat wie 5 5 6 6 oder sowas ähm was er hier auf stackt am flop und dann hat der button irgendwie aces und du hast die beste mate hand aber aber selbst gegen aces und 5 5 6 6 die beiden zusammen haben auch viel equity gegen deine hand so ne das heißt es kann einfach sein dass du vielleicht sogar folgen solltest da bin ich nicht ganz sicher aber an dem punkt nachdem nachdem ich hier die 37 reingespielt habe der button called ging wo ich mir eigentlich relativ sicher bin gegen den die beste hand zu haben es sei denn der hat sowas also ich hatte gestern im cash game an der hand die hat die hat irgendwie ähnlich funktioniert also der der button ist ja der der hier drei bettet weißt du der hat ja also der hat ja auf 9 4 3 was sollen der für eine bessere hand haben als ich ich hatte gestern ich hatte gestern ich weiß ich weiß lass mich mal kurz ausreden ich hatte gestern eine ähnliche situation da sitze ich genau in so einem spot eben mit ass ass 9 9 und habe halt so ein überraschung set aber wenn ich jetzt hier potte und er nur callt dann kann ich ja eigentlich davon ausgehen dass mein 3 4 gegen das was er hier hat am button eigentlich gut sein sollte das race ist jetzt ja all in okay aber es ist ein min race also von von etwa 40 auf 80 viel kommt da nicht mehr hinterher da bin ich ich bin doch verhaftet in der hand ich habe es auch falsch gesehen dass wenn es nur 80 sind da kommst du auch nicht mehr raus dass das ich wollte mal sagen ja aber was ich meinte ist auch du hast mit 34 sehr häufig die beste mate hand am flopsen aber das heißt nicht dass du die meiste equity hast weil das ist dann ja dies halt anders oder nicht anders funktionieren aber die sind halt ein bisschen dynamischer würde ich sagen so da sind halt draws ein bisschen mehr wert und auch die erste hat halt dann wie gesagt wenn der eine ass hat und der andere hat 5 5 5 5 6 6 zum beispiel dann kann es ist können halt noch eine 9 treffen oder können running two pairs treffen also running board pairs treffen mit ersten hat er vielleicht auch ab und zu noch ein gutshot oder so dazu das heißt die beiden zusammen du bist halt auch selten über über 40 prozent equity oder so aber 40 prozent sind ja mehr als genug um hier die code reinzukriegen ja das ist alles was ich sagen wollte also dieses text ein bisschen falsch gesehen ich dachte erst die sind da ist noch mehr dahinter aber so denke ich dann das wird schon da kommt man nicht raus egal egal ob du jetzt die das oder nicht oder ob der button bettet und der andere all in geht du bist wahrscheinlich trotzdem drin ich wollte gerade sagen also in dem szenario ich sehe auch keinen ausweg und ich finde eigentlich nach wie vor die option hier selber zu potten und das ding klar zu machen finde ich nicht so schlecht doch vielleicht folgt einer einen neuen weil er sagt naja gut jetzt hier pot size und dies das und er schmeißt vielleicht aces weg die mich überholen könnten und so weiter und so fort also selbst wenn ich hier gegen zwei leute nur so meine 40 50 prozent habe kann es schon passieren dass ich einfach sehr gut gegen zwei kann es schon sein dass ich mit einer pot size bett hier einfach 100 prozent von dem pot ein streiche also wenn du davon ausgehst dass er aces folgen dann ist es sehr gut aber dann ich also ich gehe nicht unbedingt davon aus dass er aces folgen ich gehe ich gehe eigentlich gehe eigentlich davon aus dass er hier mit aces im sandwich wenn ich potte und er noch den spieler aus dem blind hinter sich hat zumindest mal ein problem bekommt wenn er aces hat ohne backup wenn er jetzt noch eine zwei oder fünf dazu hat mein gott dann ist er wahrscheinlich verhaftet oder irgendwie zwei backdoor flush draus oder was weiß ich was man hier noch als als bonus mit sich rum schleppen kann ich weiß aber auf jeden fall dass wenn dort aces liegen und da können durchaus aces liegen so wie es gespielt wird dass das für ihn sehr sehr schwierig werden könnte von daher fand ich die entscheidung hier druck auf den spieler zu machen der wahrscheinlich aces hat aber wenn er keine aces hat wird er sowieso wegschmeißen weil was sollen auf dem flop los sein fand ich die option hier pot zu spielen und und eben maximum druck zu machen eigentlich nicht so schlecht und wie gesagt der small blind ist halt eh immer komplett zufällig der kann alles haben der kann nichts haben den gedankengang finde ich richtig aber ich finde die bord struktur da halt falsch weil die ist halt die bietet zu wenig optionen du kannst halt ja selber auch nicht viel haben und wenn du jetzt zum beispiel eine sehr starke hand hast so ein set neuner oder sowas portest du dann von vorne rein nicht wirklich so das wahrscheinlich nicht ja das stärkste was du wahrscheinlich haben kannst ist two pair aber du kannst halt auch ganz einfach einfach nur eine neun haben oder ein pair mit einem gutshot oder was weiß ich und also du hast halt also wie gesagt es kann sein dass manche leute dann aces da folgen aber das wäre schon schwer kriminell meiner meinung nach hier aces auf dem bord zu folgen so selbst mit dem spieler weil der spieler behind hat ja auch nicht oft getroffen wenn wir zu ein bord haben sagen wir das bord ist ein bisschen höher sagen wir das bord ist so 10 9 5 oder so dann haben es ist schon eher ein problem weil du kannst einige two pairs haben aber du kannst vor allen dingen auch so top her mit einem rap oder so haben so hände die wirklich viel equity gegen aces haben so und da kann man schon eher ein fold bekommen aber auf 9 34 ist es halt schwieriger würde ich sagen also dein weg wäre checken ruhig bleiben gucken was passiert nein das nicht unbedingt ich meinte ich glaube es kann schon auch okay sein hier einfach zu potten ich glaube das nimmt sich ehrlich gesagt nicht so viel ich glaube auf dem bord insgesamt will ich halt nicht viel potten ich würde einfach checken und warten was der button macht aber ich glaube wenn man eine hand potten will dann macht unsere hand sogar relativ viel sinn was ich nur meinte ist so ich würde also wenn wir potten dann würde ich aber nicht unbedingt davon ausgehen dass aces halt folgen so sondern und selbst einen neuen sollte glaube ich sehr selten folgen ich würde dann halt einfach aber es kann halt aber es kann schon einfach gut sein zum beispiel dass er einfach so eine hand wie als könig bube 10 oder sowas folgen so die hat halt nicht so viel equity aber trotzdem wenn zum beispiel jetzt per turner damals oder der turn bube ist oder was weiß ich also und er einfach behind checkt dann wird auf einmal sehr viel equity gegen unsere hand haben und wir sind auch nicht mehr so happy weil es kann schon jemand so dass vorbein kann auch mal bube 9 haben oder sowas also deswegen es kann schon es macht schon sinn dass wir mit unserer hand den stacks am flop mitnehmen wollen sodass das finde ich schon okay aber ich würde halt nicht davon ausgehen dass der button ist es wurde gehe ich grundsätzlich auch nicht davon aus weil immer die bordstruktur nicht so viel hergibt und zu sein aces ja immer noch irgendwas dabei hat und wenn es einen neuen ist oder eine vier oder irgendwas also da ist ja ist ja einfach super oft verhaftet eine fünfte zwei für ein gut shot klar jackie grüßt dich erst mal schreibt in chat gegen den spieler wird ich nie donken er ist gut also der stimmt orange markiert 20 prozent vp ist auch einer von denen von den von den regulars dort in dem pool definitiv er ist gut und wird auch mit nichts am flop c betten gegen zwei weiß ich nicht unbedingt da kannst du dann easy jam wenn der sp folgt als könig bube 10 wird ziemlich sicher klein betten fragezeichen sollte der button hier mit nichts oder mit mit einer mit einer hand die irgendwie over cards beinhaltet wie jetzt als könig bube 10 sollte damit anspielen sollte er hier aces anspielen aber also ich finde die 10 ist zu stark weil es weil die over cards zu stark sind und die backdoor draws zu stark sind das willst du nicht bett folgen aber eine schwächere hand zum beispiel es könnte ich weiß nicht wenn er zum beispiel mal so könig dame bube 5 dabei suited gegen dich drei bett dann hat er so dann blockt ein bisschen die jaws hat ein paar over cards aber es ist nicht ganz so schade die hand zu bett folgen wie zum beispiel als könig bube 10 so dass das könnte sinn machen dass man so eine hand mal bettet wenn überhaupt aber ja so 44 over cards so sind eigentlich immer ganz gut zum behind checken hier auf solchen boards weil die weil er halt noch also wie gesagt wenn er hier wenn er als könig bube 10 hat und jeder turn der im top herbringt bringt ihm gleichzeitig noch ein draw dazu vielleicht sogar mit dem backdoor flush draw also dass das ist so eine starke hand die er hier turnen kann vor allem top her mit einem gut shot ist ja auch ziemlich stark hier auf dem turn liegt halt bube 934 oder so und du hast als könig bube 10 das ist eine ziemlich starke hand auch gegen zwei also ich wäre wäre mit dem handbeispiel tendenziell auch eher bei ein behind checken aber was was denkst du wie viel prozent der hände die hier am button drei betten werden den flop anspielen hast du so eine so eine idee grob oder wenn 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 nicht wenn du sagst ist irgendwie zu kompliziert zum sagen wie viel gedreibettet wird so ob er so nah an der optimalen frequenz dran ist oder eher ein bisschen teiter also im durchschnitt sind finde ich sind die leute ein bisschen teiter und die teiter sie sind desto häufiger wird die c bettet weil ich denke einfach dass jedes over pair mehr oder weniger gebettet wird ich würde schätzen so zu dritt spielt er da so 50 bis 60 prozent der zeit an würde ich sagen 50 bis 60 okay außer doch schon relativ regelmäßig dann ja ja schon okay wenn wir jetzt wenn wenn wir jetzt die die pot size bett hier auslassen dann passiert wahrscheinlich ist man nicht aber wahrscheinlich so wie die hände hier aussehen folgendes er wird anspielen denn er floppt einfach mal ein rap mit zwei backdoor flush draws das das ist eine von den handen 50 60 prozent der hier ziemlich entspannt möglicherweise c betten kann oder ja ich denke schon so obwohl der server auch so was mal behind checken würde denke ich okay aber wir sagen mal er spielt jetzt an dann wird er hier sei dann wird er hier vorne sein set neuner rein tun jetzt sind wir post flop noch ohne einsatz unterwegs und haben hier two pair und ein paar könige was machen wir denn jetzt ne ich glaube dann geht es trotzdem rein ja also trotzdem rein mein ich das also wie gesagt ich finde das ist auch es spielt ich das macht nicht so einen großen unterschied ich finde man kann man kann argumentieren okay wir wollen hier checken weil wir vielleicht gar nichts lieben wollen und dann dementsprechend checken wir diese hand auch ich finde wenn wir eine hand lieben wollen dann ist es halt sowas was sowas wie das hier was ziemlich vulnerable ist also was halt noch oft verlieren kann auf verschiedenen run outs oder aber also wo wir einfach froh sind die dem pot am flop mitzunehmen wie in der bube drei hand auch deswegen dass da macht schon sinn dass die hand dann auch mal von vorne porten will das finde ich kann man machen also es nimmt sich meiner meinung nach wieder beides nicht so viel okay also ob wir wenn wir anspielen sind wir sowieso drin weil wir dann schon noch mehr geld import haben aber selbst wenn wir nicht anspielen und der button anspielt das more blind rein stellt finden wir den weg eigentlich auch nicht aus der hand raus das habe ich jetzt richtig verstanden oder ja finden wir eigentlich aus der hand raus hier jackie meinte grad er ist wahrscheinlich nicht zu teilt wenn wenn wir uns die hand hier ansehen das stimmt auch schon dann ist halt die frage ob er also die hand ist halt auch schon viel zu lose da ist halt die frage ob diese spieler dann auch dazu neigen einfach dem flop halt alles also ob er dann auch so aggressiv ist und einfach seine ganzen overcards c bettet und so weil dann will man ihm eigentlich die chance dazu geben wenn er das macht auf der anderen seite wenn er wirklich aber dann nur seine overpairs c bettet oder die hände die halt off stacken will dann dann macht es vielleicht mehr sinn zu leaden weil wir halt seinen ganzen backdoor draws und so weiter die wollen wir halt einfach aus der hand kriegen und nicht equity realisieren lassen wenn er die alle behind checkt sehr spannende hand zu mein freund du wir sind schon bei zwei stunden wir hatten zwei stunden vereinbart ich wird ein hand weil wir gerade in diesem thema mit so komischen to pair weil wir da gerade dran sind ich würde noch mal eine hand mit rein schieben können sie uns die noch machen wir noch eine geht aber ich muss bald dann auch los alles gut pass auf da war noch mal hier flinke finger ich habe hier was ist denn das da ist es die hier ist es die ich weiß gar nicht ob es die ist aber hier floppen auf jeden fall to pair ich glaube ich habe die ist gerade erst im stream passiert dazu habe ich auch gesagt dass die glaube ich interessant ist die wollte ich mal speichern weil wir hier eben genau wieder so eine sache haben utg fold neben uns hier gibt es ein minrace ich potte jetzt ass ass 2 3 button call sb call bb call und open racer call super hand schon mal wir gehen zu fünft an flop flop ist sieben drei zwei ich flop 3 2 2 pair und habe es kreuz ass in der hand und jetzt kommst du geile hand oder super ekelhaft ja ich wirklich ich dachte mir oh gott alter mir platzt der kopf was ist denn jetzt los wie spielen wir denn das jetzt naja so ich glaube kleine bett würde ich sagen du würdest das ding klein anspielen uns passiert aber wir können mal weiter gucken hier gibt check check und check ja ich glaube wir können so können so zehn dollar oder neun dollar oder so hier betten naja ist ja schon halber pot ja ja genau ich würde wir könnten sogar noch kleiner betten könnten wir auch überlegen und dann im prinzip gegen eins decken wir auf und sobald aber mehr als zwei andere in der hand sind oder zwei oder mehr folgen wir ich habe es jetzt hier gecheckt der button checkt auch am turn geht eine peak dame auf check 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 finde ich auch okay also ich finde man kann es auch checken das ist jetzt ist ja also ich ja ich bin völlig planlos was ich hier okay finde und was nicht deshalb das das musste unbedingt jetzt hier noch kurz rein wo dieses two pair thema gerade hatten flop ist halt knapp so kann man argumentieren weil es ist halt wirklich sehr unwahrscheinlich dass halt jemand den flop sehr stark getroffen hat vor allen dingen wenn wir noch den nut flush store blocken und wir blocken zwei pairs das ist gut aber sobald halt gegen zwei leute reingeht das ist halt hier schon eine ganz andere sache weil einer hat mindestens den flasht und der andere mindestens top pair oder so deswegen wäre es ein bad fold sobald halt zwei zwei andere noch in der hand sind am turn finde ich ist es ein klarer check es ist einfach es ist sehr wahrscheinlich dass jemand damen hat oder dame sieben oder eine dame die viel equity hat das können leute einfach eine dame mit dem flasht haben und die die raisen uns dann oder so also das finde ich da wollen wir einfach checken und also wir hoffen einfach dass der button behind checkt und am rüber kommt noch eine drei oder so und dann dann sind wir auf der sicheren seite ich ohne scheiß wenn ich den sport jetzt schon so wichtig ist bei ich habe noch nicht geschaut was ich mache ich weiß wirklich nicht was ich mache aber ich kann mir super gut vorstellen dass ich den turn jetzt anspiel weil der flop wurde komplett gecheckt von allen und selbst auf der turn karte haben einfach mal schon drei drei von vier meiner gegner haben auch schon wieder gecheckt also hier hat ja offen hier hat ja offensichtlich niemand irgendein interesse von daher ich kann mir sehr sehr gut vorstellen da ich das jetzt anspiele aber kann auch sein dass ich check mal gucken ja da gibt es den 10er da hast du den 10er du hättest eher ein flop angespielt und turn gecheckt habe ich das richtig verstanden ich kann es irgendwo verstehen aber ich glaube es ist halt es ist halt schon schwierig damit als wenn man halt wirklich einen guten read auf die ersten drei hat dass die da fast immer wegschmeißen dann kann man es schon kann man das schon mal machen aber ja habe ich jetzt habe ich jetzt zum schluss doch noch die 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 hand rausgezaubert wo ich offensichtlich doch alles falsch gemacht okay also ich spielte den 10 an ich glaube das ergebnis ist sehr sehr überraschend ach nee oder nicht guck mal hier hinter mir der einzige der sich noch nicht gemeldet hat der der raced jetzt die drei vor mir schmeißen und ich schmeiß das auch weg wobei man dazu sagen muss er hier ist ein ziemlicher aggro 40 30 9 10er drei bett postflop eigentlich recht moderaten aggression faktor von 2,2 ist jetzt nicht so viel also da ist mir fast egal wer der typ ist so der muss halt wirklich schon komplett zierentot sein dass ich da irgendwie mit ja ja was machen will also jetzt hier folgen ist schon aber du aber den turn jetzt also wenn du flop nicht anspiel ist spielst du turn auch nicht an und dann guckst du einfach was passiert genau einfach mal was passiert tor sie mit grüßt sich flop pot off call bei dem spr was halten wir denn davon ich meine wir haben ja wir haben ja 18 in der mitte wenn wir jetzt potten 18 wir haben ein stack von 41 ja mal 46 das sind 53 er hinten hat 75 also ich mein boah gegen was für handy isolieren wir uns denn jetzt also ich gegen ein wie gesagt finde ich also wenn wir jetzt zum beispiel zu dritt am flop sind so ähnlich wie in der situation davor hat wort halt 9 34 war und hier ähnlich ist ein ziemlich trockenes bord eigentlich abgesehen vom flasch draw wenn wir zu dritt sind dann geht es halt rein mit two person aber sobald wir zu viert oder fünft sind reicht das einfach nicht mehr also gerade bottom two pair top two pair oder 72 lasse ich mir einreden einfach pot call aber drei zwei das ist nicht gut genug zumindest zu fünft also man muss einfach einen großen unterschied machen ob wir gegen drei vier oder fünf spieler spielen also und dass ich das finde das vielleicht auch noch mal abschließen so dass unterschätzen die leute oft so wie groß der unterschied ist von drei auf vier und fünf so die leute sehen oft okay es ist macht unterschied ob wir zu dritt oder zu zweit in der hand setzen und zu dritt adjusten sie dann aber der unterschied zwischen zu zweit und zu dritt ist meiner meinung nach genauso groß wie der unterschied zwischen zu dritt und zu viert und für die viele leute ist aber so ja okay ob jetzt zu dritt zu viert oder zu fünft sind ist halt egal ich hab halt wir spielen halt gegen mehrere so ne aber jeder weitere spieler ändert das ganze spiel noch mal um einiges jaja das das verdoppelt sich immer das problem wird immer noch mal größer und noch mal viel größer und ja ja stimmt muss halt noch mal viel tighter sein mit jedem weiteren spieler so das hier ist also möglicherweise ob der sachlage dass wir einfach mal vier gegner in der hand haben und nur mit bottom two am start sind möglicherweise einfach checken aufgeben irgendwas in der richtung ja wäre durchaus eine option ja es ist wir spielen einfach gegen zu viele gegner hier würde ich sagen na fein boah mein gott äh two pair na schön da haben wir ja heute auf jeden fall haben wir ja ein thema gefunden wo ein bisschen uns hier auslassen konnten so schön vielen 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 dank für deine ja analysen und für deine für deine expertise und dass wir dich ein bisschen bisschen rannehmen konnten hier zu dem ein oder anderen thema gerne gerne ja dann ja bleibt mir an dieser stelle nicht mehr als dir erst mal einen schönen abend zu wünschen mein lieber abschiede dich bei dir jetzt streamst du heute noch poker oder was denke 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 nicht wir werden jetzt hier wahrscheinlich gleich gleich feierabend machen und dann war es das möglicherweise für heute wobei ja ich könnte aber wenn wir schon hier sind können wir ja überlegen chat habt ihr bock auf projekt 100 wenn ja bitte schnell bitte schnell melden dann sprechen wir das noch ab können wir auf pokio ein kleines projekt spielen torazimitsa hat ofc ein bisschen pokio anmachen können wir auf jeden fall noch wir schauen mal so ein bisschen also bisschen zeit hätte ich schon noch so heißen wenn sich interessenten finden dann können wir auf pokio noch ein bisschen ausrasten suche wird wahrscheinlich nicht dabei sein du machst jetzt feierabend denke ich ich ja ich habe habe jetzt noch coachings ach siehst du denn war das war das quasi jetzt hier mit uns warm up genau das war das aufwärmen sauber na dann kannst du dich jetzt mit den mit den richtig mit den richtig geilen sachen beschäftigen so mein lieber vielen vielen lieben dank für deine zeit danke dir dass ich hier sein dürfte lass dir gut gehen und wir nächstes mal oder so würde ich sagen ja hoffentlich nächstes mal wird es wahrscheinlich geben mein lieber mach's gut ciao tschau tschau tschau